Moin, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge Tech-Projekt mit mir Moritz und dem Butch, mal wieder hier und Momo, ich seh grad hier auf unserem zweiten Bildschirm, dass das englisch bei dir etwas dunkel aussieht, ist das normal? Das liegt am Bildschirm. Okay, okay, weil... So, wir haben uns jetzt auch mal drüber geeinigt, wer was machen will, ich kümmere mich hier weiter um die Wäschter und der Butch macht... Fuck! Scheiße, wieder raus aus dem NFC-Milie. Egal, ähm, ich... Jetzt schneide ich kurz zusammen. Fuck, gell? Noch mehr Extra-Arbeit, egal. Das werdet ihr höchstwahrscheinlich nie mitbekommen, war ja nur kurz. Ähm, also, ich kümmere mich darum, dass der Query dann steht, so langsam aber sicher. Und, ähm, Momo guckt, dass er die erste Stromversorgung hinkriegt und wir machen das, ähm, mit Geothermalgeneratoren, die das Zeug aus der Hölle pumpen. Und viel Spaß beim Liquid Tesseris Serac noch. Der wird auch noch richtig gay. Ja. Aber, ähm, ja, ja... Aber jetzt kann ich dir eigentlich mal was zeigen. Ich war ja nicht ganz untätig. Hier hast du jetzt zum Beispiel den ersten Electric Furze. Okay. Und der Generator? Habe ich einen eigenen Raum für? Komm mal mit. Ja, okay. Das heißt, da machen wir dann auch hier hinten dann theoretisch die Geothermalgeneratoren. Genau, hier kommt zum Generatorraum hin. Und genau, das wollte ich eh sagen, dass wir jetzt an die Wand machen wollten, weil dann können wir nämlich hier auch sozusagen Türen hinmachen, dass wir dann auch direkt rankommen. Mhm. Da hab ich's auch gut dran. Und hier eine Eisentür, so, falls du schnell mal kurz hin musst, war ich? Genau. Hier eine Einzeleisentür und hier dann zwei Holztüren. Genau. Und dann führt es hier in einen großen Raum und dann unterteilen wir das immer wieder, okay? Okay? Right. Okay, super. Und ich werde mich jetzt um Quarricammern nehmen. Warte, ich guck kurz, eh, oh. Kurz gucke. So, ich, ich baue mir jetzt erstmal eine, äh, Säge. Was? Was? Hä? Äh, äh, hast du die, äh, Saphir? Fuck! Cheater! Du bist im Cheat-Mode, oder? Ja, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Äh, wie kann ich die jetzt wegmachen? Ähm, einfach wegwerfen. Ne. Ähm. Ja, doch, ich hab's weggeworfen. Ähm. M, 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 M. Fuck. Du, 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 nicht. Cheat-Mode. Ja, ich bin fertig! Recipe-Mode, bitte. Ja, ja, ich hab, warte. Äh, wie stelle ich das jetzt ein? Hä, was denn meinst du? Ach so, bei dir drin. E, O, fuck, fick dich doch. Okay, ist da unten. Psch, ähm, wie, Mode? Recipe-Mode. Okay, dann. Danke. Der ist ja voll easy. Nein! Wir brauchen Diamanten. Für was? Wir brauchen Diamant-Pick-Ex für den Quarry. Okay. Was kann man denn weiterverwenden? Für nix, gell? Ne, schade. Irgendwie immer, wenn ich rechte Maustaste bei etwas machen will, wo ich's, wo es normalerweise nichts zum Weiterforschen gibt, sozusagen, dann geh, dann hab ich's immer kurz Standbildschirm. Das ist übelst geil. Aber egal, ähm, die hier krieg ich alle hin, das hier wär, nein, dann brauch ich auch noch mal, ich brauch acht Diamanten, nee, doch, eins, zwei, drei, vier. Äh, ich mach jetzt hier auf die Wand, bisschen anders. Acht, neun, zehn, elf, ich brauch elf Diamanten. Elf Diamanten, warte. Aber ich glaub mit nem Minium Stone. Minium Stone, genau. Kann man, ich glaub Diamanten aus Gold machen oder so. Gold, ja. Ja, das heißt, warte, zurück. Gold haben wir ja genug, gell? Ähm, ja. Okay, dann muss ich mir kurz Minium Stone machen. Wie viele, ähm, Shards of Minium hast du? Ähm, ich glaub gar kein Problem. Okay, ich hab einen, dann geh ich schon mal, geh ich vielleicht mal ein paar Zombies fahren. Hm. Äh, hier ist noch keins tun. Ich tu die erstmal in die Allgemeinkiste rein, okay? Okay. Ähm, dann brauch ich eigentlich, boah. Okay, ähm, wer kommt da hin? Mach ich hier und dann ja noch, sagen wir. Na, Schluss. Ach, MFE, übel teuer. Noch. Ich mach mal kurz wieder ein bisschen Weed. Weed. Äh, you know what I mean. Aha, Weed. Boah, Badbox geht eigentlich noch. Badbox ist übel. Ähm, hast... Was? Badbox ist übelst günstig. Hast du, ähm, ne? Ähm... 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 Genau, hab ich. Ja, nee, hast du... Ach, wie heißt der Scheiß? Hä? Äh, Rubber. Wie kann der aus der Welt fallen? Das ist nicht schwer. Das geht. Ganz unten ist Badrock. Kannst nicht abbauen. Ähm... Ach so, ja, okay, der ist in einer anderen Welt. BPX... Andere Welt? Hm. Hab gedacht, das geht nur bei ViteBees, diese komischen Tore, oder? Das geht über, okay, betrachtet. Scheiße, stimmt, da gibt es ja solche komischen Tore. Aber wenn der, wenn der in einem anderen Dings ist, dann kannst du den nicht her teleportieren. Du kannst du nicht her teleportieren. Doch, kann ich. Das funktioniert? Nicht zu niemals, okay. Ähm... Flash TPX... Ach, man muss den TPX machen. So... Ähm... Halt andersrum, oder? Erschreck dich mal bitte nicht. Ha? Nichts. Ach, feig, wie rum? Da... Also... Den Tippen, wo du TP'n willst, zuerst. Jo. TP... Zu. 7... 8... 9... 4... 4... Oder andersrum her geht. Halt, oder? Okay, ähm... Flugsseeds, Alter. Ich hab so viele davon. Okay, ähm... Das erste, was wir machen können... Weed! Weed! Ja, ich weiß, ich hab ja noch was gemacht. Hier vor der Tür hab ich, glaub ich, sechs, sieben Samen hin. Na, hier hab ich jetzt mal wieder zwei. Ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf Samen vor der Tür nochmal hingemacht. Da, wo ich's Flags angebaut hab. Wop, wop, wop. Ich mach hier noch zwei hin. Gut so. Okay, so langsam wird's dunkel, dann geh ich mal hier auf Zombie ja. Ich brauch nämlich einen Shards of Minions. Heil und Bogen könnten wir uns eigentlich auch mal machen. Doch, den zu verzaubern, Alter, das ist das übel. Hast du jetzt, Robber? Robber. Jo, äh, ich kann nochmal gucken, ob an dem Bauch... Auch fünf Stück? Ähm... Fuck, Alter, genau deswegen wollte ich ja eigentlich das... Hä? Was hast du jetzt? Dings benutzen. Boah, Alter, wenn die da drüben sind, dann lecker. Leckts hier wie... Ja, die tun mir wahrscheinlich nach neuen Gebieten suchen. Aber bei mir leckt grad gar nix alle. Naja. So kann das gehen. Äh, wenn du noch da ein paar Dings haben hast. Oh ja, Mann, ich kann noch ein, ein... Ja. Oh, ich hab ne Badbox. Ja, Mann. Oh, so tipp. Traser-Typ. Aber richtig krass, ey. Musstest du nicht, dass du unisolierte Kopperkabel mit einem... Mit einem Mauer aber einfach machen kannst. Äh, dass ich... Ah, na, 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 egal. Egal. Äh? So, ich platsche dir jetzt hier unten hin. Unter die Erde. Oh, es leckt. Da sind da die Zombies, oder? Output noch da. Wenn man Zombies will, haben sie keinen, oder wie? Dippie. Dippie, Badbox. Ah, da ist schon wieder... Schon wieder so ein riesiges Schei... Schon wieder so ein riesiger Slime. Ja, fällt das komplette Sticky Reasons einfach mal 20 Blöcke von mir entfernt runter. Okay... So weit haben wir's mal. Okay, jetzt hatte ich kurz einen kleinen Leck. Alter, auf 15 Frames. 15 Frames. So muss das sein. Nee, sag ich mal. Ich kann mal gucken, wie lange wir schnaufen. Siehst du das? Unten rechts. Gibst du das an? FPS? Hey, du hast nur 14, oder? Ich frag mich auch gar nicht. Nee, doch. 18, 17. Alter, was machen die? Oh, geht zu mir nur um. Das kotzt an, wenn die da andere Welten anschauen. Also ich laufe mit 30 rum. Ja, ich laufe grad mit 18. 40. Alter, und deswegen geht das nicht. Ich versuche hier grad zum Behinderten-Ecksprung zu machen. Alter, ich bin zu dumm dafür. Ach, scheiß drauf. Du weißt, ich sieht grad keiner, ne? Ach so. Nee, ich... Hä? Warum nehm ich dann trotzdem auf? Ach so, du nimmst auf. Ja, geil, wir nehmen halt beide auf. Ja, eigentlich wollten wir's ja so machen, dass wir halt bei einem Together immer abwechselnd aufnehmen. Aber ich weiß, egal, schmeiß ich meine Aufnahme halt weg, oder? Weiß egal. So, ich... Aber wenn, falls irgendwas bei dir halt nicht klar geht, vielleicht ist ja bei dir das Sound noch nicht in Ordnung. Das kann ja sein, weil ich... Du hörst ja nur das Teamspeak-Sound von dir. Ja, das stimmt, aber der ist bisher echt gut. Ja, hast du aber noch nicht ausprobiert. Doch. Ich hab jetzt sechs Sticky Reasons, falls du brauchst. Boah. Hä, was? Ja. Oh, der kommt da von hinten. aber du weißt halt der Polen der Katze hingehen und erzeugen ist aber ich nicht ich bin gelaufen was ist der Speck geht doch an und kommen geht doch nicht die haben ja kurz aufgenommen 10 Minuten, Alter Oh, ich brauch Klaus Dorn Das ist ja ne Aufnahmesession, man tut ja nicht einzeln aufnehmen, Alter Und noch ein fucking Creeper Ja, die haben aber jetzt 10 Minuten aufgenommen, höchstens Alter, wenn jetzt der Zombie meine Sachen aufgenommen hat, Alter Nein, klatscht Aber richtig Warte, ich bin gleich wieder tot, ey Die wollen mich verarschen So, das tut Tromm Wir haben Strom Woher? Generator Das ist ein Tipp Den baue ich jetzt, glaube ich, noch mal ein paar Das stimmt, wir zocken ja in der 1 für 7 Da können die Zombie ja noch nix aufnehmen Genau Oder? Ne, ich glaube nicht Sicher? Alter, Alter, Alter Wem ich trifft jetzt noch einmal dieses wackeig Skelett Hä, aber dein Geothermal Reaktor ist auch recht Geothermal Generatoren Du brauchst halt Generatoren, Electronic Circuits Ja, aber das Ding ist ja übel billig Ruhig, Mann Es geht Es geht Es geht Es geht Es brauchst noch irgendwas anderes Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Keine Ahnung was ich noch Was? Nein! Alter! Das kann euch nicht eingefallen, was ich Maaann Wir können jetzt mal zumal wirklich die Schwänze losschüllen Pssst Das ist doch wahr So, was brauchen wir Auch brauchen wir schon Was brauchen wir dafür, ne? Ach, Generator Fuck Klaas Natürlich Nö Weißt du, Geothermal Generatoren sind ohne Generatoren Ach, Scheiße Ach, Scheiße Es ist ja nacht Alter, Alter, Alter Alter, Alter Fick Dich, Alter Wie ich halt nur noch am sterben bin Nein! Okay, jetzt 10 Frames Woah Woah Woah, Alter Ich dachte grad, du wärst Das war grad übelst an Längen, als ich bei dir vorbeigesprungen bin Alter, ich dachte grad, du wärst ein Creeper Du weißt auch, das ist so'n Scheiß Skin, ne? Wie du zusammenzüppig, Alter Scheiße, Mann Alter, was geht da grad? Was? Was? Slain by Slime Ernst? Alter, was für ne Action da Fuck, fuck, fuck Nein, nein, nein Du willst mich doch verarschen, du kleines Wo, 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 wo Für uns auch hast du Nein! Das baust du auf! Alter, ich hab jetzt, Mann, mein ganzes Zeug ist weg Ey, was sagst du alles? Ich hatte ein Eisenschwert, ein paar Ressourcen, ich hatte... Nein! Ich glaub echt nicht viele Sachen, aber so zum Beispiel sowas wie Slime Kannst du das Loch bitte für mich stopfen? Ja, okay Aber ich guck, dass ich wenigstens noch etwas kriege, aber da hinten geht grad so fette Action, ne? Verdeckt schon Verdeckt schon Verdeckt schon Alter, diese Fuckings Gelätzer, ich bin gleich schon wieder tot Halbes Herz Nein, 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 nein Erschreckt mich halt Scheiße Nee, da ist eine Tür rausgeflogen Alter, ich nenn's nur Nein, nicht noch einer, ey, wollt ihr mich verarschen? Was haben die mit den kompletten Creepern gemacht? Die sind doch alle irgendwie gay Ich... Sollen wir echt nicht so viele schwulen Hormone nehmen, ehrlich Was? Sollen wir nicht so viele schwulen Hormone nehmen? Ich hab jetzt so zu hauswahl geketet Irgendwie Wir haben jetzt noch zwei Hertz, ne Wie oft hast du dich jetzt gefickt? Bestimmt 10, was ich meine Gott! 15 Mal das wiederhole Alter, hab ich jetzt nicht verarschen, ne? Dann leck das auch noch nicht mal, wenn ich nicht wie das vorhören Weiß wie viele fucking Zombies und so dahinten sind Ich wollt ja eigentlich nur ein paar Minims Ja, äh, ja Über jetzt Löcher um so alle wieder stopfen Ja, Alter, 30 Spinnen sind da wie Minimum Ja, okay, ist ja nur drei, aber scheiß drauf Ich kriege jeweils 30 Hitmarker von jedem Äh, hast du noch? Ja, ich hab noch Niemand fickt mit mir und meiner Rex Außer mit deiner Ex Die Waffe würde ich mal sehen, die bash bestimmt voll Weißt du welche, weißt du was ich meine? Äh, was? MP412 Rex meine ich damit Ach so Niemand fickt mit mir und meiner Rex Außer ich mit deiner Ex Ne, der ist wirklich, ne Ja, der war schlecht Ja, ein paar kleine Creeper Wann fickt euch alle, fickt euch, fickt euch auf der Haare Ficken alle, ficken Fick dich, fick dich, fick dich Alter, ich krieg's nicht mehr hin, ich krieg's nicht mehr hin Dann fick dich Was geil ist, ich nehm das alles auch noch auf Hehehehe Alter Weißt du willst du mal ein paar Zombies haben, kommen gleich so 10.000 andere Ah, man Ah, Furnace Alter Jetzt langsam krieg mal wieder ein bisschen was hin, ne Sind aber auch die ganzen fucking zu mir hin, so Ach, Slimes können Ach, Slimes können ertrinken Was? Ich hab mir gar nicht, hier waren ganz glähe Slimes drin In was, und Jetzt sind sie weg Ja Ich weiß ja, dass ich zu dir wollte und eigentlich Hehehehe So, jetzt kommt gleich der zweite Generator Ich schwöre, ich seh schon die Kommentare Schleeech, du bist doch schleeech So schleeech So schleeech So schleeech So scheiß zum sterben So scheiß zum sterben So, das stimmt nicht mal Was? Selbst das stimmt noch nicht mal Was? Dass ich zu scheiße wär zum sterben Tod kann schimmeln, was kann stu? Außer sterben Ich hasse die mittleren Ja hier Ach, ich bin doch auch blöd Bisschen Minimal Ich wollte den Generator von Nuk- Äh, Nuklear Ähm, Geothermal Nutzen Hä? Was hat doch jedes Mal gelackt, wenn ich wieder gespawnt bin und so Ich glaub das war fast alles, was ich hatte Generator Nuk- Faket Ewingy Achso, ich hab die Faket Genau Was? Nix 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 einer Nix 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 K14 Nix 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 wir haben so alle wir haben ja schon eingefunden ja ich habe übrigens jetzt mal ein Geo Thermal Rea Kupfer hoch ich hab davon mal 15 20 Stücks gemacht ich bin gerade oder was nein also halt die nicht dabei gemeint was brauchen wir eigentlich für die Erklärung weil ich brauch diese Fakten im Sturm das ist dahinten diese Spanner Spaschen deinem ah ne ah ok die Bäume also die Rubber Trees die sehen auf der Map grau aus ach so wieder hell wenn wir da rausgehen hab ich eigentlich noch was zu fotografieren hast du eigentlich mal Dias nein ich wollte ja Minimstone mehr machen ach so aber dann sind halt komplett 50 Zombies auf mich losgegangen deswegen wollte ich das jetzt in dem kommen in dem ähm diese ganzen Slimes ey das kotzt dann übel gell ich hab schon wieder nicht ich hab scheiße mitgenommen ja die Folge geht auch schon wieder 22 Minuten ja mach mal 30 und dann ja mach mal 30 und dann dann hab ich gleich heute eigentlich müssen wir schon ja dann machst du 15 Minuten und dann machen wechseln wir halt nach 15 Minuten in meinen Part rein jo weil ich nehm ja aus Versehen auch schon wieder auf ach so wir müssen uns wirklich mal die 15 Minuten angewöhnen mhm ja okay dann sind es noch 10 Minuten dann machen wir mal 15 einen Schnitt bei mir und wechseln zu dir genau dann ständig gerade jetzt du kannst theoretisch deine du kannst theoretisch deine Dings wechseln dann mach ich gerade kurz einen Timer auf 10 Minuten dann geht dann ist bei dir auch Ende so Timers gestellt hä warum soll ich denn ach so ja ja stimmt dann bist du wieder dran jo dann machen wir jetzt einfach mal ein Stück und schneiden dann am Ende weil wir brauchen ja eigentlich bis nächste Woche folgen ja ungefähr dann laden wir morgen ne nachher noch kurz die erste übel weil ich hab ja noch kein Internet jetzt stimmt ja ich ja erst in circa ne Woche wenn's gut läuft wenn ja wenn ich geh gerade mal wieder in die Ritze wo ich die eigentlich äh äh sommer kein Plan irgendwo ich geb halt nicht die Koordinaten durch nö meine Privatritze dann ich hab gar nicht mehr ähm ich hab gar nen Powder oh gut oh und sieben Pfeile so langsam lohnt sich ja ein nicht schlecht nicht schlecht gell meine Eisenpick Exes weg Egal, dafür, dass ich so oft gedorben bin, ist es relativ gut von der Quote her, was ich noch hab. Nein! Wenn jetzt diese Zähler... Oh, fuck, nein. Was denn? Oh, scheiße. Ich will mich gerade in die Ritze, um zu abbauen. Und was ist kaputt? Ja, warte, Koordinat, Öl für 50, ja, ich komm gleich vorbei mit einem neuen. Ja, okay, bring mir den Eisen-Pakekse, danke. Eisen, einfach mal snacken, komplett reinlegen, 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 dann können wir beide auch gleich abbauen gehen und so. Ja, und bring mir auch gleich was zum Essen, ist in meinem Table drin, da hab ich noch was zum Essen. Okay. Dann bring mir das auf. Ah, halt, ich hab doch, ich hab doch, sorry. Essen hast du? Essen. Die Morgen und Pickaxe. Eisen, haltest du nix mehr. Eisen ist es in der Gemeinschaftskiste, ich weiß. Eisen hab ich, dann glaub ich kurz mal Pickaxe. Und dann kommst... Äh, hast du noch Stickies? Äh, nein. Doch, ein Stack. Achso. Äh, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Äh, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Ich komm jetzt. Essen, haben wir noch Essen? Jo. Achso, da steht man nicht tippet. Okay, geht auch. Ja, okay, geht schon ab. Okay, du stehst nicht mehr auf dem Block. da unten ist Gras ah ok im Dschungelbium Botte X heißt da hinten ungefähr ist unser Haus Hast du keinen Point? Nö nö keine Ahnung Ich schon Ich nicht Hier war der Cave Wir machen bei uns in der Nähe vielleicht auch weiter unten oder so machen wir uns dann auf jeden Fall die Mobfalle Mobfalle auf jeden Fall Mit einem Spawner Weil das finde ich besser Weil dann haben wir genug Minium zumindest mal anfangs und wenn sie uns nervt können wir sie uns abbauen Ok Ist doch schon wieder entspannen oder so weh Hey jo Jo Er kommt doch nicht Ich höre ein Zombie irgendwie Cool Snacken hier Alter wie viel Eisen Gut Das übelste Ah da hier gerade Gefunden Durch die Tür kurz zu machen Jo Ich hab noch kurz nen Zettel mit Mitte nicht sterben Ok Ok Äh 27 ist es gerade Was? 27 Minuten haben wir schon Ja ok es sind 10 oder 3 Minuten Hier dieses Mostone können wir uns noch abbauen ist eigentlich voll geiles Zeug Jo Oh nein es wird dunkel Nein Oder? Ja ich glaub so langsam Äh Muss jetzt einfach grad sein sorry aber Cheater Cheater Ja sorry aber ernst hat das kurz grad an Ja Ich will jetzt einfach mal voran Aber in der Höhle macht ja keinen Unterschied mehr Weil der Ritz ist halt auch scheiße kann ich auch nicht fliegen Hä Das ist halt das Problem Und wir haben jetzt so viel Zeugs gerade Was Mostone sag früher immer voll geil los Was halt einfach Unterschied war im Gegensatz zu den normalen Sachen Oh ich hab Uran Ja ich glaub ich auch Hab ich hier am Ende des Käffs Ah ok Oh fuck Ach komm das ist das Skelett alter du hast schon eine Rüstung an Nee Nee ich sag ich hab nur Da ist ein Creeper Ich wusste doch ich hab Creeper geht Ach da ist ein alter Ja Minionsystem Ja man YOLO Jetzt mal rein oder Gucken wir noch mal chest Vielleicht ist was drin Jedenfalls das Cave so ein bisschen Braked aussieht Oh Hüppsch Nice Gold Gold müssen auf jeden Fall mitnehmen Daraus können wir nämlich ähm Diamanten machen Hmm Wenn wir ähm Minions draussen haben Und dann mach ich mir nämlich meinen Quarry. Und da brauchen wir fucking viele Chests. Aber dann gehen wir einfach kurz in den Dschungel, Alter. Ja, Mann. Minensystem. Pass auf, da ist ein Creeper. Pass auf. Juckt mich nicht. Links. Links. Ach, da. Ja, da ist mit Gunpowder. Uh, da sind sogar zwei Creeper. Sorry, sorry. Einmal Gunpowder hast du bekommen, weil der andere hat den anderen getötet. Ja, okay. Äh, Gunpowder oder zwei Stück. Oh, Zombie. Hat der Minion getötet? Ja. Oh, da kommt gleich von links. Ich gehe hier gleich mal rechts. Ja, ich laufe halt mal hier bis dran. Äh, ja, ich setze mich. Aber ich hier kann sich halt dann wenigstens auch in... Oh, Emerald. Ich setze mich hier mal einen Punkt ausgehoben. Oh, den hab ich schon wieder. Ja. Ich halte bei mir auf dem Headset schon wieder Minecraft aus. Oh, den hab ich schon wieder. Ja. Ich halte bei mir auf dem Headset schon wieder Minecraft aus. Und das Gravel tut meistens deine verschüttete Mine darstellen, wenn am Ende so ein Teil irgendwo Gravel ist. Hm. Deswegen tue ich... Würde ich empfehlen, da einfach mal hinzubauen. Meistens findest du noch mal ein bisschen was. Jeder weiß schon. Warum sieht eigentlich, ähm, Silber so übel nach Diamant aus? Gar nicht. Na ja, wenn du das Erz anguckst, denkst du dir anfangs kurz wirklich dieses Diamant. Ich schreibe nicht mit Chester. Haha, ich bin eh grad neben dir. Oh, Kabel. Creeper. No Creeper. Deswegen schreie ich auch nicht, aber ich hab Creeper gefunden. Oh, und Eisen. Hier sind verschiedene Erze. Kannst du mal hochkommen und... Ich bin hinter dir. Gut. Hast du noch Fackeln? Nee. Da fackel ich nicht lange und sag, nee. Hast du Holz? Äh, hängt hier im Cave zum Glück rum. Und... Nö, hab ich nicht. Ich hab eins aber vom Cave halt. Okay, was ist das? Das ist eine Plank. Das Geile ist, ich weiß, dass hier Zombie... Das hier Dings sind. Äh, ja, ihr habt's gehört. Hier ist höchste Schechtern. Aufnahme ist... What? Ja, Folge bei Butch vorbei. Folge bei mir wieder. Wir machen das einfach gleich an einem Stück. Ja, wow. Aber das Bi 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 lassen wir dann nicht aus. Ah, ah, ein Herz, ein Herz. Fick dich! So, 15 Minuten Timer läuft. Tipp hier mal bitte kurz, ganz kurz, bitte. Oh, oh. Das hast du noch drinnen, nur kurz hast du. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ach doch, Alter. Hi. Wo bist du? Hier. Ah, ich sehe dich nicht. Ach so. Äh, Kille, 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 da weiß wie es geht. Aber ich hab dran. Ich guck grad noch so zu dir. Bumm. Da komm rein. Da weiß ich es geht. Und? Life. Oh, Enderman. Da unten? Nee, bei mir hier oben. So. Warte ich, hol jetzt mal kurz mal. Ah, ich mein Iron Schwert ist schon wieder fast gut. Aber das hat immer fucking... Ja, Mann, ich hab ein Minium. Echt jetzt? Ja. Haben noch keinen Story. Und jetzt darum musst du die grafen. Ja, nee, der ist klar. Weil ich hab ein Schart auf Minium. Okay. Aber hier unten weiß Caves find ich geil. Da kannst du wenigstens auch wieder neue Sachen craften. Wie zum Beispiel Schwert oder so. Wenn du down bist. Cobblestone, kurz nen Ofen machen. Holz verschirrt. Aber hier hat's wenigstens so übel viele Ressourcen. Das ist gut. Ja, ist auch geil. Muss nicht immer so random suchen. Ich hab ne Chest. Echt? Was drin? Phil Tin Can. Copper. Copper. Zwei Diamanten. Oh gu... Zwei Diamanten? Ja, zwei Stück. Geil. Also scheiß, gell? Läuft bei dir. Ey, er läuft bei dir. Was? Er läuft raus? Dann würde ich ihn mal waschen gehen. Nimmst du Isto Band, helped. Gaffa. 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 die mich hier gerade noch etwas sachen krabbel ich bin neben dir ich weiß was machst du ich hätte es als erlose opfer ich würde übersehen immer weil sie mir scheißegal auch zehn das sind auch gar nicht sind die gestern schon abgebaut die chest von dem kürz scheiß da höll ich so rum bei der spinne nein 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 die lave die schon zugebaut haben und jetzt noch ein halbes jahr braucht bis er endlich mal fertig ist okay große ritze mit minensystem trotz gesungen ich hasse dich ändern ist leckts wieder kriter 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 wo komm her ja komm her es geht schief es leckt schon wieder und endermann ich bin geschützt da ist dass er noch gerade bei mir leckt er aber ernsthaft ist bei die anderen hochküren löscht suche ich jetzt gerade wieder drauf und jetzt ist gerade richtig alter was das für eine ritze ok mein eisenschwert ist da ok lasst hier ist mir hier raus wir machen das hier ein punkt ich setze hier bei point a stimmt jetzt können wir auch slash sporn machen weil wir unseren spawn point gesetzt haben müsste eigentlich ich setze mir jetzt hier mal mal ein punkt mit waypoint ja jetzt zwei bei point war was für eine kurze ist das kein plan ich habe es auf öl gesetzt weil ich sie für irgendwas anderes noch gebraucht hat ja aber nicht sagen dann gucken wir dass wir jetzt erstmal hier rauskommt gelb so ich bin gleich wieder raus da durch so ich bin raus aus dem ding okay also ich hab dritte als waypoint hast du irgendwie eine taste um dein mic zu muten äh nö wäre nämlich nicht schlecht manchmal warum ach so ja halt ich kann ja hier einfach lautlos machen und dann nehmt er dich mehr auf so ich bin jetzt gleich wieder zu hause ok tp ich du mich dann bitte ok weil ich stehe hier gerade noch relativ safe dann setzen unsere sachen machen uns wieder ein paar schmerz und so und dann gehen wir wieder was heißt dafür du ich kann jetzt ich war bloß um zu grafen auf die sachen ok ich habe mich nicht sterb doch nur immer was eigentlich das zweite button unter diesen m unter der maus ein geschwindigkeit man könnte irgendwas wünschen ich ja nixe habe planen ich habe voll Minimalst Krabbel Alter, nicht normal Stutter Copper Ja, ich setze hier mein Copper rein Zwei unterschiedliche Copper Ich habe eine Filt-Tinkel Ich gucke jetzt wirklich mal, was ich damit machen kann Klammer Filt-Tinkel So Ich muss da Filt-Tinkel machen Habt ihr schon eine Turtle? Das wäre ein Projekt, was ich machen könnte Filt-Tinkel Filt-Tinkel Was auch immer ich mit der Tinkel machen kann Keine Ahnung Drei Diamanten habe ich außerdem Ich mache eigentlich jetzt nochmal den Oh Ich habe fünf von diesen Filt-Tinkel Ich mache mir mal einen Computer, ne? Was? Alter, wozu? Törtel Okay Stimmt genau Und Computer Hallo Hallo Habe ich Ähm Ich Ich brauche das Pains Quari Okay Okay Ich brauche das Pains Ich brauche das Pains Hau Oh Schwest-computer-eis. Okay, kann ich nennen. Nur Eisen brenn ich mir. Ich... Ich glaube, ich gehe da mal so langsam wieder in Dritzel. Obwohl, nee, ich wollte mir da noch ein Schwert haben. Er geht in die Ritzel. Aber nur mit dem langen Schwert. Da fängt er sogar schmunzeln an. Guck mal an. Komm mal her. Was ist da los? Guck mal in den dran. Was ist das hier? Computer, ja? Computer. Aus Stein gemacht, Alter. Ich will da keine Stein kommt hier. Es ist übel billig, die Dinger. Und jetzt haben wir gleich einen Turtle. Hast du noch... Hast du drei Dias? Nee. Ey, du hast mal nicht... Alter, warte, was ist mein Schiss. Ich hab zwei. Oh Mann, ich brauch drei. Ich brauch ne Eisenspitze. Ja, ich geh jetzt eh in die Spitze und guck erst mal. Also ich brauch ein Dias noch. Aber ich hab ne Turtle zumindest mal. So. Wow, ich hab zwei von... Komm mal her. Komm mal her. Komm mal hier in die Werkstatt. Ich hab zwei von acht. Jo. Es lebt. Turtle 1.5. Beta. Die Beta 1.5. Geht das auch? Alter. Alter, der ist okay. Ich komm mal nicht mehr raus. Ich komm mal nicht mehr raus. Okay. Was machst du? Bombast du den ab? Okay, ich geh wieder in die Dritte. Okay, viel Spaß. Alter, steht da eine Kuh vor unserer Tür. Die sind im Wasser explodiert. Die haben keinen äußerlichen Schaden genommen. Da hab ich schon ein bisschen erschreckt, geh? Da bin ich jetzt gleich noch mal rein. Alter, komm her, komm her. Kack, Spaß. Oh, XP, 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 XP. Du machst einen Scheiß-Trick, Alter. Mann, fick dich. Ich geh da sterben und du kriegst dir immer die Scheiß-XP, oder? Hallo, ich hab jetzt 21 Level. Ja, schön. Hätte ich auch schon nix gehabt. Vielleicht nicht 15.000 Mal gestorben. Das ist doch nur einer von den beiden auf dem Server. Und der alleine auch. Ähm, ach so, beschlossen. Ich guck, wo die Dias sind. Ja. Äh, ich hab schon wieder ein Medium. Na, cool. Eins, 3 von 8. Komm, Creeper-Kind-Filger, ich kipp dem ja auch ein. Boom, gekillt. Nicht, du killst mich. Ich krill creep. Ah, fick dich, du. Die ganzen Slimes sollen mal ihre Fresse halt, nördlich. Oh, Alter, schau wieder solche Frennviecher, ey. Schau wieder, ey. Du bist nur fünf Stunden rum. Das heißt, du bist dran. Äh, wir bleiben ja eine Aufnahme. Aber, Alter. Alter, ich muss jetzt wirklich jede Folge dann später gucken, was es ist und dann zusammenschrecken. Alter, und bevor ich das machen kann, muss ich ja erstmal Camtasia wieder installieren. Super. Alter, du isch. Ich weiß, das hat geht gar nichts. Ganz viele kleine Slimes. Komm schon, Slime. Scheiße, da Slimes keine, ähm, Minions-Troppen. Äh, wir brauchen gar kein Radio. Wir können hier am PC das sogar machen. Was denn? Ähm, Radio. Cool. Jetzt greifen wir mal wieder. Oh, da ist schon wieder so alt. Äh, das ist nämlich toll. Alter, wie billig diese Computer-Dinge ist. Haben wir schon eine Musik-Desk? Äh, ich glaube nicht. Das könnte mir hier mal wieder laufen lassen. Ähm, welchen Tag haben wir hier? Ähm, ja. Ja. Wir haben kein Strom mehr. Ach, schalten wir mal Kohle rein. Ne, mach ich voll. Jetzt gehen wir gleich in den Dschungel oder suchen einen Dschungel rein. Ich hab grad mal 20 Kohle. Oh, Eisen. Nein. Nein. Oh, klar. Wenn ich schrei tp mich, dann machst du das okay. Okay. Und denk dran, du hast's auf der Kurztaste. Was? Denk dran, du hast's noch im Dings gespeichert, ne Kurztaste so zu sein. Und out. Musch nix mehr t-t-tippin. Okay. Alter, ich hasste was. Das war ja jetzt meine Aufnahme, gell? Ja. Dann seht ihr mal, wie nugelig ich bin. Alter. Apropos ne Ölquelle hab ich aber auch noch nicht gesehen. Was? Ne Ölquelle. Ich hab aber auch lange nicht mehr gesehen. Joa, wir sind schon die ganze Zeit da mal aufnehmen, halt was denkt der. Machen die das das erste Mal oder wie? Pendler. Warum sind die so scheiße möglich? Alter, so viel Slime-Belay, warum liegen wir hier so viel Slime-Belay rum? Ich bin jetzt einmal durchs Wasser gelaufen und schon liegen da über 15 Slime-Belay. Mal gucken, ob ich das überlebe. Nö. Oh, ein Herz. Ich bin das Loch runtergesprungen, wo ich mich runtergegraben hab. Alter. Soll ich schon, dass wir das drin lassen dann höchstwahrscheinlich sogar? Uncoder. Alter. Ich bin normal. So. Upgrade. Alter Schwede. Habe ich mein Schwert? Okay, ich hab mein Schwert. Alter will der mich verarschen ey. Alter. Fick. 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 Hast du Skelette? Ich auch. Die einzigsten, einzigsten Gegner eigentlich, die so ein bisschen was drauf haben. Jetzt auf mich los springt diese fucking Spinne, Alter ich bring die um. Das geht schon. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. kommt ich abkriege gerade bei uns der bürgstatt ein schwertes weg Alter, das Skelett hat mein Schwert, das Skelett hat mein Schwert. Egal, jetzt schießt du zumindest nicht mit Pfeil und Bogen und ich kann es so tot machen. Habe ich mein Schwert wieder bekommen? Okay, ich habe mein Schwert wieder. Ein teures Upgrade. Alter, was ist das für ein Homo? Ich habe mein Schwert aufgenommen. Mal gucken, dass ich die Miniums noch kriege. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sophia mitgenommen. Brauchen wir eigentlich noch alles? Ich weiß, viel Redstone und so. Nee, brauche ich gerade gar nicht. Ich brauche aber ein Deer noch. Okay, danach gucke ich, dann springe ich durch runter in Dritze. Dann kann ich Mining Turtle losschicken und dann läuft es. Er ist voll allein. Ich habe ein Cave. Cool. Ich habe eigentlich einen Pfeil und Bogen. Richtig nice. Hm, das glaube ich dir. Cave, Alter. Das ist die beste Schießbude ever. Das ist eine Witze. Er hat Witze gesagt. Alter. Ja, sorry. Das geht echt nicht mehr mit der Zeit. Ich habe die mit rausgenommen. Steht die da oben? Stimmt, kann es gut sein. Ui. Oh, komm, der geht es her. Ganz tief halt unten. Ausflug draußen, bitte sehr. Oh, das ist ein extrem teures Werkstatt-Upgrade. Warum? Naja. Siehst du dann, wenn du das nächste Mal in die Werkstatt kommst? Was denn? Nix, nix. Ja, zeit kurz. Ja, ich habe ja schon den großen Bildschirm. Ja und? Was ist das? Was soll das werden? Ich sage nur, du brauchst neun von denen. Oh, was ist das? Electric Falsch, hey, warum? Ne, 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 hier. Und die Wand an. Ja, was ist das? Eisen oder wie? Warum eigentlich? Sieht geil aus. Och, jetzt leckt es wie es so. Weil es geil aussieht, macht das. Alter, es leckt. Ja, bei mir kann ich. So ein Scheiß bin. Les mal vor, ist das schon. Ah, im Limbus. Der ist schon wieder in die andere Welt gegangen. Aber schreibt dir mal, das soll die Bild lassen. Das macht das. Du kriegst ja schon da alles Zeug, das steht auch immer Chester und so. Also geil ist das eigentlich. Ja, aber das Problem ist einfach momentan im Server. Also heute eigentlich nur nicht so, aber okay. Soll es halt auch noch besser allein. Hier zu machen. Alter Schwede, alter Schwede. Was? Erzähl die ganzen Zombies und so wieder mein Schwert, alter. Ich hab immer noch keine Minions. Hier könnt ihr mich kurz. Ja, okay. Oh, tpx halt. Slash tpx. Löschzug. Boah, sollen wir gleich auch nochmal ein Battlefield aufnehmen oder so? Achso, nee, geht ja nicht. Crysis? Hab ich noch nicht drauf, muss ich mir wieder drauf nehmen. 2, 3? Ha? 2 oder 3? Ich hab 1, 2 und 3, aber hier noch nicht drauf. Muss ich auf dem PC noch drauf nehmen. Ja, 3 hab ich auch noch nicht installiert, aber... Leicht. Soll, jetzt weiß der, wo wir wohnen. Wer denn? Löschzug. Weiß ich gar nicht. Ja, egal. Ja, das wird auf jeden Fall geil, Leute. Greenstone. Ich möbel mal ein bisschen die Werkstatt auf. Wie, Alter, sind die Zombies overpowered, oder? Achso, nee, ich bin jetzt schon wieder runtergesprungen. Äh, ich will viel zu viel Damage bekommen. Deckt schon wieder. Ja, sorry, jetzt bin ich halt die ganze Zeit dran schuld. Oh ja, Creeper, komm her. Ich werde unbedingt auch noch von dir gekillt werden. Ich schwöre, ich will den schon in meinem Nacken, ey. Das ist auch schon wieder. Du nimmst gerade auf, ne? Ja, ja, tue. Wir beide nehmen auf die Waffe. Stimmt. Ja, ich frage bloß, wer gerade dran ist, eigentlich offiziell mit aufnehmen. Aber hochladen, wann machen wir das? Ja, wir müssen mal gucken. Wollen wir diese Woche direkt schon starten, oder erst nächste Woche? Vielleicht auch morgen dann direkt hochladen, weil ich hab ja immer noch kein Internet und heute ist schon wenigstens noch Wochenende. Ja, okay. Das heißt, ich kann theoretisch dann heute noch ein PC da lassen. Ja, aber dann... Habt ihr es morgen noch mal kommst, oder was? Ja, ja. Dann können wir gucken. Weil... Ich hab ja immer noch nichts zum Hochladen und sowas, internetmäßig. Kommt ja leider erst noch. Von der Drossel-Komm. Was sind denn die Drossel-Komms? Am Ende steht da, ihr Video wurde von Telekom Deutschland gesperrt. Das wär's noch. Ne? Ne? Das geilste wäre dann wirklich noch, wenn dann kommen würde, ihr Video wurde von Telekom Deutschland gesperrt. Äh, tipp hier mich mal kurz zu dir. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Äh, kurz mal die Minimum save, ne? Vielleicht nicht. Dann hab ich noch... Hier ein bisschen Slime, Rubine, Eisen, Gold. Äh, wartet. Hier gehört... Äh, Ors. Und hier fertig ist... Ja, natürlich. Gut, ich sag's doch bloß noch. Hab ich doch. Äh, fertig. Hast du noch ein bisschen mehr als nur ein Eisen? Äh, nö. Vielleicht halt mal wieder ne Spitzhacken. Obwohl, kann ich ja jetzt aus dem Dinge machen. Saphire. Äh, du kannst auch Meining Turtles mit, ähm, Dings machen, mit Saphir-Spitzhacken. Echt jetzt? Glaub schon, weil es gibt auch Meining Turtles mit, ähm, bunten Saphir-Spitzhacken. Weil da ist immer genug haben, da immer. Warte. Macht mal kurz ein und dann probierst du mal, ob du das damit bauen kannst. Wenn nicht, dann benutze ich so halt, weil ich muss die jetzt eh noch benutzen. Ein Kanzlerkopf. Ja, passt schon. Ich hab' gefällt. Hier ist die... Okay, geht mal. Noch glaubt. Ja. Okay, mal ausprobieren. Weil ich glaub, dass ich wirklich mal... Wollen jetzt geht. Ja, Mann. Sag' ich doch. Also ich... Schick die mal... Was sind auch die Mannschaften und... Ungefähr das Gleiche. Ich schick die hier mal los, ne? Was machen? Wo sollen die... Hast du dich schon programmiert? Wo die hinwollt? Das kann ich ganz leicht machen. Okay. Ich kann Befehl. So, dann... Würdest du sagen, dass ich... Oh, hast du guck. Bringst mir kurz Kohle? Äh, haben wir noch welche? Jo. Wollen wir irgendwie... Okay, jetzt 22. Gibst du mir die? Ach ernsthaft, alter! Komm her, ich... Komm her, komm her! Ich zeig' dir mal was. Warte. Alter. Hier gezählt dann mal die Kohle an. Und jetzt? Tun... 100? Ach so. So, folge jetzt bei mir. Alter, schon wieder ne Stunde Aufnahme. Respekt. So, und jetzt gibt die da... Bisschen Gas. Haben am Ende ne Menge Ressourcen. Weil alles geklappt. Ja, aber auf der Höhe, alter, der müsste ja eigentlich tiefer gehen. Ja, aber hier hat's ja auch... Auf 10 oder so. Hier hat's ja auch... Da geht er jetzt durch den Berg durch. Erstmal. Ja. Das würde dann schon... Ja, aber auf 10 müssten wir eigentlich gehen. Ja, das geht noch. Lass mal erstmal kurz so und dann... Äh... Ich setze nachher tiefer. Wollte ich machen. Es hat funktioniert. Also machen wir jetzt auch nochmal ne so 4. Mach aus... Was haben... Na, okay. Mach. Ich findest du die Werkstühne eigentlich bisher. 2? Gut. Wird noch geiler, wenn ich endlich Lampen hab. Ja. Auch wenn du Eisen findest, kann ich echt gut gebrauchen. Okay. Ja, ich hab schon ein bisschen Iron Ore in die Dings Chest gemacht. Oh, gut. Ich verballer das jetzt einfach grad mal alles. Ein paar Karpel, Clean Stone ohne Ende. Hier ist auch noch Copper, Lead Ore, Gold. Da hinten gerade... Macht der Rücken doch. Ja. der Kuh das ist so langweilig zuzuschauen die Arme zuschauen der hat so er hat jetzt sind sie nicht damit jetzt gerade gebaut also die Werkstatt die ist ein 4 2 1 5 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 6 7 7 8 9 10 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 10 10 10 10 10 11 12 11 11 12 11 12 12 los und dann noch mal 1 zu rechts wirklich blickte uns alle guckt es muss dann so aussehen so hoch so 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 das ist ein alter alter und ich möchte mich nicht und ich möchte und jetzt habe ich ja diamanten wie viele worte stück ist ganz gut ich bin jetzt auch unten in der ritze also in drinnen wo mehr diamanten also warum die bäume alle kein ding drin und jetzt ist er noch mal ein Tusch noch mal neue hin machen ich komme nämlich höchstisch auch gleich mit ein paar Bones ich weiß nicht ob ich schon Bones hab nix warum gut da ich grad ständig Time Set mach aber es quatzt mich grad echt an eh scheiß Game Mod Player ja ich will jetzt halt was schaffen und nicht ständig umgelegt werden oder ähnliches ja es hilft mir hier auch viel ja entweder wir könnten jetzt schlafen oder wir könnten ein Time Set machen am Ende kommt es aufs gleiche raus es ist wieder Tag ja schon wieder übelst viel redstone ich hab's mal wieder bis ins Dicke ließen ich hab's mal wieder bis ins Dicke ließen das schon wieder explodiert BAM Headshot voll in die Fresse nein Headshots gehen mit man ins Knie hehehehe oh chest bei jemandem Brot mit Pickaxe und ein schöner Kripp ich hab schon wieder Diamanten gefunden ne chest und jetzt auch noch real life hier also real life nicht real life aber halt chest und ich hab Diamanten gefunden wo real life hehehehe hallo kripper hallo oh alter bin ein spinnen sporn aha und was sporn der so spinnen wie stoß sicher ne weil ich könnte wetten Alter scheiß cave spinnen die gehen mir voll auf den Sack die dich so vergiften sterben ähm ok ich hab ein Spinn spawner abgebaut merken ok kann man mich auch benutzen zum Dingsen zum Dingsen wird jetzt halt nicht unbedingt ein ähm ähm was geht jetzt vorne nehme ein einzigen rubber alter und du wolltest ein master mac 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 ich nicht länger arbeiten vor allem nur mit einem nur einen zum anfang ja in der gefunden glaube ich hat wie heißt das zeug die fahrers und zwölf diamanten ich habe keinen dings mehr kein hast du einen körper ich habe iron 22 20 mir erklärt ich finde ich in die kiste rein in die kiste kopf und entlehr dich in die kisten ne aber da ist doch noch körper drin du Affe äh nicht körper scheiße die heiße Nummer alter rubber wächst an den bäumen ich war gerade eben unter der erde du Affe weg geht zur unterirdische wölf diamante 14 diamanten sogar die Respekt sage ich dann nur Respekt und ich habe ein Boot gefunden in einer chest und ich habe jetzt ein Maschinenblock ah hast du 3 flipp äh 2 dann gib mir die 2 bitte du hast du einfach oder tue sie hier in die table rein haha du hast in der Hand so ok dann brauche ich jetzt nur ein elektronik circuit und weiße ein flint das heißt ich brauche das iron hier ist falsch die kohle hast du keinen die kaste viel zu viele mir gab es da viel zu viel von ja ich brauche aber kriegen Kohle der hoffentlich klar oder ja warte warte wie viele Minions haben wir jetzt was der haben wir doch noch Sticky Riesen Alter warum sagt mir das keiner weiß nicht okay ich bin mir jetzt noch 3 doch wenn er wo der Strom Schöcher Schöcher gibt das als ich das soll bei den Dimensionaldors in Mieter ein Tier gehen was ja ich so so um er hat sich gerade am Eisenbrennen 50 Eisen am Wald und ich bin gerade im Robben und ich hab schon wieder kein Strom mehr ich kann jetzt Alter ich hab's jetzt gleich hey wo ist denn der Dings Generator ist da hinten Generator Alter so Electronic Circuit ich brauch noch einen einzigen Flint dann hab ich's dann hab ich da einen Maserato äh Gravel ich brauch äh Schaufel, Schaufel, Schaufel Alter warum hast du da Gravel übersetzt? weil ich ähm Flint brauch wo ist der Eisenblock hinter da war? welcher Eisenblock? äh Eisen im Geld Refined Iron? ja ok ne muss ich mir nochmal kurz einbrennen am Eisen ja wenn man krank Strom ist vielleicht brauchen muss das ist schwer ja doch ich hab kurz ein paar wenn es ist hingemacht Alter so bei dir geht's weiter krase Aufnahme Session jetzt haben wir mal unsere erste Woche haben wir es schon mal weil das haben wir mal abgesichert ich brauch ein Flint verfickte Scheiße ich bekomme klar bis zum Rendern wird auch nochmal geil ja du musst Rendern ne? nee ich nicht Rendern und hochladen muss ich mit wieviel mit wieviel mit wieviel mit wieviel mit wieviel halb HD oder mit voll HD so ich hab nen Messerator guck mal her du hast doch noch einen Flint übrig was? nein 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 guck in dein Inventar du hast noch einen Flint übrig gehabt ja jetzt gerade gerade jetzt zwei so jetzt komm her ja was? bring mir kurz ein unisolated cable halt 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 gib den Scheißdreck ich muss erstmal hier mein den Schwerten neues machen und dann geh ich erstmal wieder Minions holen damit ich dann endlich mal nee warte mal bleiben wir kurz bleiben wir kurz dann können wir uns auch Kohle machen ja jetzt bleiben wir kurz kurz bleiben wir kurz kurz ja warte kurz ich brauche noch hier 1 2 3 Copper dann haben wir Kabel dann haben wir Kabel so jetzt machen wir das hier und BAM und er hat keinen doch er hat Strom ne doch ne standardfrei ich brauche den gut mal ne länger äh was geht ich guck grad ob das geht ob man ne Kohle herstellen kann Kohle äh ach wir haben wieder kein Strom ach wir haben wieder kein Strom fuck die Hände ganz ehrlich soviel Ors wie es auch immer im Nether gibt baust niemals ab die kompletten Viecher gehen auf dich ich weiß ich weiß ich weiß übelst gell ach aber ich brauche kurz den Strom ich krieg es gleich mal zu den der ähm Viertel aber dafür brauche ich auch Kohle ich ruhe jetzt erst nochmal ein paar Minions dann habe ich nämlich Minions du hast keine Kohle mehr oder Kohl ich und Kohl ne aber ich kann welche mitbringen wenn du willst ja ok ich brauch dringend ich mache ich mir einfach kurz Charcot hey, zumal gehen wir mal kurz in den Dschungel wir haben ja Dings, Zaphire die halten fast so lang wie Diamanten ok und dann gehen wir halt kurz in Dschungelbier um und dann machen wir uns mit Zaphire machen wir uns erstmal ein paar Dschungelbäume hier und dann können wir erstmal mit Wood weil es ist viel easier mit Timberwood und so ne, ok, ich mache jetzt gerade hier ein bisschen Charcot was, ne? geil, ich brenne Rubberwood und bekomme Junglewood raus ne, ja, übelst geil Rubberwood kann man nämlich nicht richtig brennen von Junglewood oh, die eigene Kreatur mach mal kurz wieder Tag können wir praktisch nicht jetzt hier umdrehen Alter Cheethooo wenn der wieder jetzt im Dings ist, dann merkt er das ja gar nicht mit seiner komischen Welt da ja da sind halt zwei drauf das ganze Team ganze Team zwei das ist halt ein Team komplette Team das komplette Team ist trocken ich bin zwei ja, übelst viele halt und so, weißt du, so zwei Leute und so ok, hat YOLO und so, ne? wenn du meinst ok, Rubberwood kann man wenigstens verbrennen braucht nämlich ekels so oder brauchst du Rubberwood? das ist mein Pupen mit dem Mercerator 2 oh Gott wofür? alter ist das Ding bald alter guck mal kurz auf mein Bildschirm jo ja, warum ist die da runtergegeben? ne, ist die nicht, die ist da vorne alter wie weit die schon ist? ja, 100 Blöcke jetzt mal reingucken ja, ganz gut Rubberwood hat keine Kohle abgebaut schade so, ich setz die mal tiefer, ne? wo ist die oder so? dass ich den ja 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 ok folgen ja also da ja 100 1 tiefer so willst du auf? ja ne warum du ich live stream hä das ist ja warte mal kurz du nimm's auf ne? ja ja warte kurz ach so halt bin mir grad grad echt nicht sicher live stream twitch oder muss ich jetzt auch einen live stream starten oder wie? nö jetzt gucken ob der aufnimmt ja ich wills sehen was da macht war komplett unprofessional, aber scheiß drauf weiß nicht mehr ob ich dran bin oder du? ich glaube du bist dran jaaa zur not YOLO, alter ach YOLO halt zeig mir nur kurz hier BlackScreen twitch.tv slash pasi243 ok twitch Ein Sekund Twitch Eigentlich kannst du ja jetzt in T gehen. Achso ne der hat kein WWW da vorgesetzt. Hm. Aber sonst hättest du direkt so Doppelklick drauf machen. Was? 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 Stream ich das öfter mal. Ah! Passi234 playing Minecraft. Was war tipp? Krasser Type. Boulderboss. Äh bis dahin. Aus nein, ich brauch mir ein Palast. Und ich werd ohne was denn so. Boulderboss. Schalker Trass. Äh bis dahin ist schon lange. Was? 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 Ja, aber das ist nicht so geil manchmal. Los, 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 los. Ich komm wieder hin. Lalalalalalalalalala. Komm wieder hin. Und ich steh aufm Berg und ich seh wie schön wir werden. Komm wieder rein. Ach so, das tut seit der Ruhm in den Kopf. Ja, klar. Da kann ich nicht mehr. Komm mal, da kannst du nicht mehr. Krang. Krang. Näh, die gesamte Dünste. Ein Monster auf der Welt, den ich wollen, dass ich hier weiß. Ich bin bereit mit mein Schmerzgezogen. Mit mein Schmerzgezogen. Wenn ich in den Schmerz. Alter, komm wie geil ist das auch. Oh. Ich schäune diese Tiere und versteck mich im Tunnel. Ich schaue die Zuschauer. Jawohl. Das ist alles nicht geworden. Ich schaue die Holzscheine und auch etwas Zeit. Ich schaue die Träume. 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 Er 소리 der Kürsten. Der Betracht und der Sankur sein. Der Betracht und das Erstreitungsprozess, der das Krasch. Alka, die Schaltes. Alka, dieintégralität. Ach, so ist das ein Krasst. Jahr. Es ist ein Beründes in der Stelle. Die Kugeln der Westen. Schöne 2. Er hat sich durchs Ger Shawn. Derlaim ist auf jeden Fall momentan nicht. ich muss einfach es ist so ein Bild um in keiner Weise wieso kommt es immer ich das Frage und der ist dumm der ist so gut um Prozent 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 weil ich mich so schon auf meiner Seite aber aber halt die Presse und Bildschirm ich weiß auch gar nicht kommen ich habe sie Dome Kuh Okay, aber ich bin immer noch für dich da. Oh! Warte, guck mal! Jetzt guck mal! Fick dich! Warte mal, ich höre. Pascal, pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst! Jetzt red ich keiner noch mal, Alter. Frag mal, die Chemiesmuschel, ob unsere Fans, Sex, wichtig ist, Sex, geil sind. Warte. Oh! Das geht mal rein! Ja, das ist lustig. Bestimmt holen die sich irgendwas. Nachts. Ja, aber. Er soll sich grad nicht fuddern. Herunter! Alter, schrei halt mal. Sorry, hier. Das ist ganz wie er an, was ist wohl. Alter, das ist nicht so geil, ne? Und der Name geht potzen und die Schwierigkeiten immer. Ich schaufel los, 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 los. Ich schaufel los, los, los. Ich schaufel los, los. Oh, ein riesig guter. Ich baue ein Palast, es sieht wunderschön aus. Wunderschön aus, es sieht wunderschön aus. Ich baue ein Palast, es sieht wunderschön aus. Jetzt sagst du Palast. Wunderschön aus, es sieht wunderschön aus. Ne, verstehe. Ich dachte, das ist nicht so geil. Wunderschön aus, du kennst wunderschön aus. Ich liebe mich dafür. Alter! Moll! Was denn? Ich bin Ahmed, der rote Terrorist. Wir schauen dir grad nebenher. I auch. Ich bin ein Titier. Oh! Vier! Boah! Boah! Vier! Ja, Mann! Das gefällt den! Boah! Vicky! Vicky! Obwohl ich was Scheiße mach, ey. Komm, 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 raus! Es ist die Dank, ey. Komm, 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 raus! Es ist die Dank, ey. Du hast nur ein paar Sachen ein, so dass du's die Welt gemeinsam sehen. Da hat du ne P-G-A-S! Tschüss, ey, das kann ich mir nicht an... Geht nicht, echt nicht. So, jetzt komm mal wieder um. Hast du jetzt eigentlich aus Versehen seinen Namen genannt? Sonst haten uns, Alter. Sonst haten wir alle, die. Vielleicht müssen wir auch ein Beat für was... Also bitte, bitte nicht Pasi24, äh, 234 haten, ne? Also ich zeige ihn jetzt hier auch gerade nicht an, nein. Geht bitte nicht auf www.witch.tv slash passi234 und hatet ihn. Ah, wow. Wow. Damit stiftest du die Hater eher noch an. Also ich glaub, ein bissle Kohle hab ich jetzt. 62. Cool. Money, money, you money. Money, money, money. It's not funny. Ja, okay. Ich hab aber auch schon wieder fünf Diamanten. Wieso nicht sechs? Ja, okay. Das ist jetzt 19 Uhr oder so, wenn ich glaube ich jetzt. Das ist noch viel zu wenig, Alter. Vielleicht erst mal für meinen... Worry. Hey, was brauchst du uns für den... Alter, Alter, nein, tippe mich, tippe mich, bitte, 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 bitte. Das ist ne fucking Spinne und ich glaub dir nicht. Und die hat nur noch ein halbes... Sorry, 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 so. Oh, Alter hörst du endlich mal damit auf? Da ist grad ein Creeper gekommen und ich hab nur noch anderthalb Herzen. Okay, dann... Okay, hier leckt's aber wirklich übel. Könntest vielleicht... Von was kann das kommen? Keine Ahnung. Bei mir hat grad auch übels gelegt. Also sorry, wegen der... wenn's in der Aufnahme leckt, aber wir können selber auch nix dafür. Wir haben Selbstkraft, dann bleiben wir so. Aber vor allem der hier kann ich echt nix dafür. Ne, also... Mein Rechner, der ist übel. Übel, übel. Alter. Kuckuck. 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 Tisch mich nicht. Ne, gar nicht. Kuckuck. Hallo. Er kam durch die Wand! Töte ihn! Auf ihn! Nein, Alter, ich hab nur noch ein halbes... Anderthalb Herzen. Oh, das war grad krass, ey. Die Ding ist gerade durch. Apropos, ich tu mal wieder ein bisschen Sachen ausladen. Zwei Uranium, Nikotin, Lapislazuli. Uh, zwei Minium-Scharts. Boah, sag bloß, mir fehlt jetzt noch ein einziges fucking Minium-Schart. Hä? Du hast doch fünf Diamanten mitgebracht. Jaja, die bring ich auch noch ein. Aber mir sind grad eben die Scharts eingefüllt. 19 Scharten, 19 Diamanten haben wir. Hä? Wo? Willst du, dass ich dich schlage? Nochmal. Sind noch wieder drin! Ich hab nur noch ein Herz! Okay, du wirst glaub ich dran jetzt mit aufnehmen. Echt? Ne, halt! Du warst gerade dran, jetzt bin ich wieder dran. Egal, jetzt müssen wir eh noch alles abklären. Vielleicht machen wir das eh. Idiot. Sorry, ich hab nicht mehr dran gedacht. Nein, nein, gar nicht. Ich hatte ja auch erst mal wieder 10, 15 Level oder so. Ich hatte zwei, ich hab 22 jetzt. Ja, ja, stimmt schon auch nicht so viel. Ach, da, der Trömmling sagt, oh! 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 Du hast Schöne, die hier drückt auf dem Bild und da drückt die ganzen Zeit. Was? Oh, lol! Das doch bei mir hat er es auf! Oh! Den Raum hier ab suchen. Da lag auch noch irgendwas von mir hier. Sorry. Mach ich auch ja wieder, okay! ich bastel jetzt hier mal gerade in den Raum okay dann mache ich mir Alter lass mal diesmal dunkel sein okay das ist diesmal dunkel ich brauche nämlich noch einen kleinen Minimum und dafür gehe ich nicht noch mal in Dritze er hat 30 gesagt Alter was geht bei dir? was? Alter guck mal an wie weit der Ding hier ist ah ich sag mal was essen ah ich bin zu dumm um durch die Tür zu kommen ey Miningtoodle oi bin ich über ihn drüber gestolpert ey also wir brauchen noch ein Minimum ich will das Ding auf jeden Fall mal so tief machen bis runter was hast du eigentlich bis jetzt alles eingespammelt meinteitem425 go I könnte man da jetzt eigentlich eingeben meinteave525 und dann Nein, der zeigt halt an, wieviel Items er schon gemeint hat. Achso, schade. Machst du grad? Ich hab mich gekratzt, warum? Ist ja grad irgendwie komisch aus. Äh, tut mal bitte noch eins drüber bauen, damit ich da wieder rauskomme. Kleines Turtles. Nein, ich war zu uns. Boah, ich bin wieder rausgekommen. Yes. Yes. Okay, äh, ich tu jetzt... Eisen und die Kohle erstmal in eine Chest wieder. Kohle... Ich leere mich jetzt einfach mal hier in diese Kiste. Darf ich noch? Oh, oh, dann hab ich... Scrap, Alter. Scrap halt mich mal ein bisschen bei dir rein, so. Ich hab mich jetzt einfach mal hier in diese Kiste in Krabbel. Äh, brauchst du eigentlich noch Grabber oder so? Äh, ich hab jetzt zwei... Haben wir eigentlich jetzt einen Extrater oder sowas? Äh, Macro, Macerator. Ja, man, da musst du auf jeden Fall alle Erze reinmachen. Wenn ich Strom hab, ja, dann kann ich das noch... Ja, ich hab dir jetzt Kohle vielleicht. Ich muss da ein Steck. Achso, cool. Dann kann ich jetzt Strom produzieren. Oh, jetzt schon. Was? Jetzt schon. Dann klatsch ich mal 10 rein. Dann kann ich jetzt mal Strom produzieren. Ähm, Erz, 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 Erz. Äh, widerlich. Äh. Ui. Ähm. Genau. Nein, ich muss das... Möchtest jetzt jetzt brennen? Was denn? Nein, 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 nein. So als Ohr reinschmeißen. Dann hab ich gemacht. Dann kriegst du nämlich zwei Pulver aus. Ach, stimmt, ja, 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 ja. Damit verdoppelst du sozusagen deine Einkommen. Ja, ja, ja. Okay, er verreckt gerade. Nein, 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 nein. Schlimm. Kann ich mir nicht wie den Generator bauen? Generator? Ja, okay, ähm. Was brauche ich denn jetzt noch? Ich glaub. Oh, das scheint an der E-Batterie. Oh, haben sie noch alles noch? Hier sind acht Minions. Ah, was brauche ich von der E-Batterie wieder? Ja, zwei, vier, sechs. Acht, Band, Gold. Alles klar. Äh, hast du schon einen Gold-Ingill? Äh, nö. Musst du dir noch ein bisschen Kohle. Ach, ne, Kohle ist hier. Mach es selber. Scheiße. Naja, du mich noch mal. Dann packe ich mal einmal Gold. Hast du noch einen Ingill? Nö. Okay, doch einen. Wow, ich brauch vier. Wieso ist es hier schon wieder ein Gold-Ingill? der ich brauche Tintin Tintin Raubel Raubel Wurzburg kleine Pitch Prozent Wutsch die du mir gehofft wir können dann hast du noch mit in aller Umständen habe ich gerade drauf er ist gut nur kurz als Nürn Warte kurz es ist so haben wir kommen zwei Mitarbeiter nicht nur weil es ist ja nicht mehr und auch nicht wenn ich verhabe noch ein bisschen clean stone hast du noch clean stone ne doch wenn dafür durch sind dann mache ich zumindest mal wie langsam das ding ist ich wollte eigentlich ein quarry machen ich habe jetzt die diamanten theoretisch also dann machen ich mache jetzt nach der besten Minium Stone und dann mache ich einen quarry 1.4 und dann kurz vier Dinge ich kurz mal zu meinem Projekten der jetzt hoffentlich nicht benutzt wird gut so So, wenn wir auf links und links haben wir die schon fertig. Zwei... Äh... genau. Ähh... Eisengrabeln. Was machst du gerade? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Minium Stone! Ja, okay, ja, ja, ja! Wer mookt da rum? Wer mookt da rum? Wer mookt da rum? Was hat eine Kartoffel von dem bekommen? Wormst du löscht sogar? Wer hat denn da? Wer hat gefragt, was sie zu tun? Ja, schön, tschüss. Faktik, der Fahrt und die nicht mehr auf der Insel. Ja, das ist doch schon eine gute Frage. Ja, wenn du draussen jetzt von den Zoll ist. Nein, Alter, wenn du ein Creeper kommt, wird das Leck, Alter. Hau ja ab, du Fick-Schnitzel, mach mal kurz klar. Fick-Schnitzel! Das löscht zugläftigend. Kicket so. Auch Leute, alter, ganz im Ernst. Was fickt ihr euch den ganzen Tag? Alter, der ist schwer, solche. Fotzen! Nein, kein Kind, Alter. Er wollte, das hat es mir gesagt. Ja, wo ist jetzt eigentlich mein Minium Stone? Hier, dein. Dann wollte ich ein Quarry machen. Quarry. Da ist erstmal viele Stickies brauche ich. Wie viel kriege ich denn von? Sorry. Nein. Ich weiß es war scheiße, sorry. Kindisch fahren, Kindisch. Eins, zwei... Ja, was macht der? Da war nichts. Ja, komm ich mach erstmal ein bisschen was, weil das Stück reicht. Äh, dann muss ich... Soll ich den schlagen? Wen denn? Guck mal. Hoppelschirm. Der ist bei uns. Tillich, was macht der da? Wie komme ich was zu essen, bin gleich tot. Dann stirb und geh wie hier, Alter. Ich weiß, der Land gewinnt, Alter. Der hat einen Diamantblock gehabt. Killidee. Was? Ich werde einen Diamantblock. Fuck, 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 fuck. Alter. Warte kurz. Ähm, bluh 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 buuh buh bluh buh 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 buh. Ja, worry, was brauchen wir da? Eisen, Gold, Diamante. First erstmal... Fiekobels... ... Stone. Äh, erstmal elf Kommelstellen. Hast du Eisen? Ah, nö, ich brauch grad selber für mein Generator. Jo, danke. Nein, Moment! Hast du die grad rausgeholt? Die ich jetzt seit ner halben Stunde brenne. Ja. Fuck you, die kleine Bitcher. Ja, sorry, ich hab mir die extra gebannt gehabt, damit ich mein zweiter Generator basteln kann. So, hab ich jetzt. So, so. Zweite Generator. Alter, 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 alter. Alter, 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 alter. Ja, ich brauch die jetzt grad halt noch. Damit die sie ganze Scheiße hier überhaupt. Ganz schnell mal wieder Kohle reinhörig. Was mach ich doch gerade? Gut so. Dich nicht. So, zweiter Generator läuft. So, danke. So, beide laufen. Wo sind die beiden eigentlich jetzt hin? Schön, die bauen sich irgendwo bei uns in ner Nähe irgendwas, ey. Wenn die das machen, Alter, ich bring die. Ist doch egal, lass dir doch. Nein, alter, ich will jetzt was für uns allein haben. Dann kommt die immer wieder zu uns, den Steelen, irgendwas zu sehen. Ne, 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 das Steelen, das ist ja... Das kann ich ja nachverfolgen. Brauchst du? Kredit? Ne, unterhosen. Okay. Ich guck jetzt mal wo die sind, okay? Ja, ich will, alter. Äh, Lush. 1, 2, 3, 4... Fuck! Alter, die bitch haut mich, ey. Die sind... Ganz woanders, wo wir gar nicht sind. Bald, gold. Ich geh... Ich geh... Iron hab ich noch. Äh, okay, die laufen gerade weg, wo wir grad waren. Oder bauen die sich da mal sowas? Die hier braucht man Eisen. Das heißt, ich brauch... Woher man sagen muss, Passi und Löschzug, die gehen eigentlich beide. Die sind korrekt. Einen noch... Die klauen auch nicht. Das heißt... 3 und... Okay, ich komm mal wieder zu dir, ne? Ne, das heißt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, 1... Habt ihr so sie gesteht? Ich hab's verlaufen gewesen. Ah, so, ich hab jetzt zwei Generatoren am laufen. Wobei der eine wieder nicht läuft. Also die fressen ja... Kohle, das ist es nicht. Deswegen müssen wir auch gleich einen Dschungelwehrohmer erstmal mit ein paar Äxten... Bäume abfällen, oder? Weil wenn wir da... Da können wir dann... Beide Generatoren schon wieder... Da können wir dann dauerhaft Stacks an Holz reinklatschen und fertig. Alter, was zieht das hier so? Okay, Badbox ist immer fast voll, aber... Fuck, Alter. Hä, wieso hab ich jetzt ne Redstone Torch? Würde dir? Äh, ne. Ich hab gar nichts. Hä, wo hab ich die Redstone Torch denn? Ähm, welche brauche ich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben von den... Eisen heißt... Noch acht... Eins... Zwei... Und... Ich guck mal nach der... Viel Spaß. Wee, die ist fertig. Alter, die ist... Einigermaßen voll, so. So. Ich darf gleich noch ne Runde. Sieben Stück. Dann übrig. Dann... Eins, zwei, drei... So. Ich setz jetzt immer zwei Tiefe, okay? Ja. Dann kommt die nämlich immer Tiefe und irgende... Sammelt sie auch mehr. Und dann muss ich... Zwei... Goldsen klatschen. Was? Scheiße. Ich dachte gerade... Was denn? Die... Ich dachte gerade... Fuck, Alter... Tönt mich! Telefon, tönt mich zu dir! Warte. Ach... Na, ich bin raus. Ich bin raus. Hallo. Normale, sie geht es nicht mit Mining Tutorials. Alter, sie hat mich gerade fast umgelegt. Auf, eh. Gefällliche Maschinen. Ha, brems! Oh, Alter. Part Switch. Das ist auch die Letzte, oder? Ach, reden, Alter. so lange jetzt viel oder schon wieder fast zwei stunden aufnehmen als er denn jetzt die letzte und genau zwei stunden es ist übrigens das ist und der generator ist schon wieder leer und die dinge sind schwindel aus er steht natürlich brauche ich die dinge haben noch strom du sagst wenn sie kein strom Prozent nur die Bad Box hält nicht lang jedes Problem jetzt 60.000 nicht mal immer 40.000 der Generatorinnen sich sprechen ja auch noch selber ich schiebe die Tüche ich teleporte mich mal zu passiv das ist ein scheiß na ach so das ist sie gut und vier alles hat er sich hier gebaut und und okay die haben sich ein großes stück weit weg von uns gebaut sind zwar noch auf dem gleichen festland aber sind schon um einiges weg oder die sind von uns 117 meter entfernt okay ist aber auch nicht allzu viel na egal aber ich finde die zwei in der Nachbarschaftsstelle schon auch cool dann habe ich sechs drei vier fünf warte wie viel Eisen habe ich und dann habe ich fünf und dann müssen drei noch zu Gold gemacht werden das heißt also ich kann mal nach hause ne ja viel Spaß kann ich die noch kurz dp'n oder oder slash odi äh slash momo zu ne wir haben noch keinen Makarator ne was für dich wir haben noch keinen Messerator äh doch das brauchen die ja nicht wissen oder warum sollten wir noch keinen haben pscht die brauchen das ja nicht wissen oder ne warum also weil die haben hier gefragt ob wir einen haben nö die dürfen den nicht benutzen oder deswegen wir haben keinen unende also klar soll ich ihren scheiß selber machen ehrlich ja deswegen wir haben keinen wir sind eigentlich schon ein bisschen fies ne minimal ist so ganz klein wenig hast du noch ähm hä Eisen übrig oder wovor brauchst du grad alles äh ich schmeiß grad wieder Eisen das dran also gut weil ich bräuchte Eisen noch Eisen hab ich keins mehr ach wir haben nicht mal mehr Eisen super ja doch im Dings ist noch 30 also 60 krieg schon ungefähr raus im Meserator meserator ist es ach so ok cool ich brauche 1 2 3 4 5 6 7 8 ich brauche noch ein Block ok oder 1 2 3 4 5 6 7 ja ein Block brauche ich noch also 9 Eisen 1 2 hast du kurz für mich ähm Dings was äh redstone 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 müsste links drin sein ok einmal und dann brauche ich halt noch 3 3 und redstone schmeiß mal wieder Kohle rein ne wenn die Generatoren ja ja fisch gut ähm Geothermalreaktor was schmeißen wir dir an immer noch Generatoren aber scheiß mal drauf Geothermal Generatoren und wo ist der Unterschied Generatoren und keine Reaktoren äh ich hab Query Query ist da was was zeig her ich will seh ich will seh ich will seh wo ist er 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 Landmarks kann es ja und ganz fort und ich bin ich möchte kurz vor übel dies noch bin ich äh wenn du wenn du ähm wenn du glas brauchst du brauchst doch glas dafür hätten ja das die 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 hast du dich schon um den FmS-Fabrikette gekümmert was soll ich eigentlich noch ab willst du war es also durch ich habe gesagt können wir dich um das Zeug ja ja irgendwann mal aber jetzt noch nicht direkt Sand Sandsteine Deutsch was das oder nicht einem Erdblock kriegst du glaube ich Warte Gucken wir jetzt mal Erde habe ich zum Beispiel jetzt hier jetzt Minion Stone Ah ne da brauchst du Gras Grasblöcke Ne ok ich muss dann kurz an Farben gehen Kannst du das kurz machen? Äh ich Oh die ganze scheiße vor der Tür Nein Oh aber ich glaube eh passiv will gerade dass wir ins Bett gehen Gibt es mich was der will Ne nicht wirklich Ok Wird nicht gepennt Ich habe eine Iron Schaufel auch Holst du jetzt auch Sand oder wie Ja 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 warte ich habe für dich jetzt ne Dings gemacht ne Schaufel Ich habe Ja egal meines Geiles Ne was hast du vorher nicht? Nieder Holst du bitte auch nicht für Diamant oder? Ja Genauso schnell wie Diamant aber halt nicht genauso Haltbar Bissle Stärke Bissle mehr haltbar als Eisen aber egal Ja Äh Dann brauchen wir noch Dafür eine äh Naja ist doch schön Diamant ist jetzt auch nicht Sollen wir Stirling Engines schaffen denn? Ja ja dann machen wir das nochmal Ich weiß halt nicht mehr Combustion haben wir jetzt eigentlich nicht genug Obwohl Combustion würde eigentlich relativ Lang durchlaufen Stirling muss halt übelst lang nachlegen immer Die Frage ist was ist billiger? Äh Weiß nicht Wenn wir ne Ölquelle hätten Natürlich Combustion Ja ok Dann Weil dann mischt es nur Per Liquid Tesseract später Oder jetzt halt ab und zu mal Einmal Öl nachfüllen oder so Ok Oder 3, 4, 5 Jetzt können wir das machen Dann nehmen wir mal Dann machen wir die Aber wir brauchen halt ne Ölquelle So ne Ölquelle ist das scheiße Ok dann Lass uns das nochmal überlegen Dann haben wir das dann bis zur nächsten Folge Ja ok Zumindest machen wir jetzt schon mal ein Quarry Jo Also Stirling Engines muss halt ist halt wie Wie ne Generator Du musst die ganze Zeit Kohle nachfüllen Ja Ok aber ist es viel was du nachfüllen musst oder gehts? Äh Noch nicht Wieviel Kabel Transportplatz brauchst du? Äh Ne Menge machen wir 60 oder so Also ein Stack Vor allem für später dann auch so Später wird dann halt auch ein Lagersystem Ein automatisches per Item Tesseract Ja aber dann ist da aber nix nur mit Cobblestone Da ist dann Gold Ja doch Ne ähm Gold und du ans Portfolio Cobblestone reicht und dann einfach Diamantpipes zum Sortieren Wie Chests und so Äh Ne wozu? Goals ist wirklich schnell Es kommt ja genau gleich Ne mit das gleiche an Goals ist wirklich schneller Ja schneller aber es kommt ja das gleiche bei rum Äh So ich hab jetzt schonmal 64 plus 8 Und wir machen es ja per Item Ähm Tesseract Das heißt wir müssen uns nicht irgendwie ewig lang Weg tot schlagen Sondern wir schicken es direkt halt durch Achso ok Also dann hab ich dir jetzt hier mal Englisch Wenn du in mein Table rein guckst Ja ja ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Ich werde noch ein Zweitbildschirm Also wenn wir hier gucken Haben wir es ja Also anderthalb Stacks hab ich dir jetzt Äh ok ähm Kann man eigentlich von zwei Computern Einen Zusammennützen Äh ja Das heißt jetzt theoretisch den hier auch noch anschließen Welchen? Den hier An was? An meinem So dass ich theoretisch auch mein Bild einfach überziehen könnte Achso Ne Ich dachte du meinst jetzt gerade Minecraft Computer Ne ne aber das wär auch geil Ja wär geil aber geht leider nicht so Ich werd das geht schon irgendwie aber Ja ja das ist Alter der ist schon wieder fast ganz hinten Ja Hier komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Geleisen Hm Wo es geht Äh Ok Query habe ich Foto glaube ich noch kurz was ich hab noch ein bisschen Eisen Ich tue es in die Dings Ah Das hab ich auch noch Was für Flasht Wurde umgelegt Schaut weiße Lappau Ja herzlichen Glückwunsch Korn Tinten Er übelig haben die in der Chester Gart 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 Gar Gart Mal D der musste jetzt rein platzen oder ja natürlich lassen wir aber drin die brötchen folge bitte ein paar brötchen nicht für die bettler sondern für die gamer wo stellst du deine querien höchste streich über die ritze die wir dahinten gefunden haben weil da sind da sind nämlich von standard aus in der nähe sehr viele ärzte und da drunter ist auch gleich eine das heißt wir können er hat sich das und in der mine ist auch viele ärzte auf einem aufnehmen wenn wir da einfach wirklich ein riesiges loch reinklatschen haben wir auf einmal und mit den landmarks können wir auch direkt einfach anklatschen aber wir brauchen auf jeden fall noch eine ölquelle die ist übergelaufen ich sehe da nie keine einzige ölquelle frag mal kurz die jungs ob sie vielleicht schon mal eine ö-quelle gefunden haben die hat ok scheiße nicht schon wieder nicht schon wieder Ich schau nicht. Oh, fein. Ach, schwebe. L-Quell mit einem L. Rechtschreibung voll drin, Alter. Na ja, klar. Ich weiß schon, meine Abonnenten... Hä? Meine Abonnenten! Alle kennen... Ich weiß nicht mehr von wem das ist, aber... Du kannst ja dieses Lied so... Meine Abonnenten schwimmen in einem Teich. Ich fühl mich wie ein Herrscher im dritten Reich. Wie soll ich jetzt zwei Schaufeln? Wie heißt denn Schaufeln? Meine Abonnenten schwimmen in einem Teich. Keine Ahnung, ob du zwei Schaufeln hast. Das war jetzt nicht von mir? Nein, das war der Hase. Ja. Weil er solche Töne gemacht, ey. Ich gehst mal zum Arzt bitte. Hier, ich hab's in der Aufnahme. Das war mein Hase. Brrrr! Ich hab echt nicht gewusst, dass aus so einem kleinen Körper sowas rauskommt. Hä? Ja, zwei? Hat jemand schon zwei Turkels? Ja, die Pasi und Ding. Die, wo ich sich da neben uns... Ähm, gebaut hab. Ich krieg Essensdamage. Fuuuuck! Komm, machen wir noch eine Folge. Scheiß drauf. Geht ihr eh bald essen. Äh, okay, okay. Äh, ich brauch eh noch Essen, Leute. Wollen wir kurz krabbeln gehen? Was für krabbeln? Bei denen kurz krabbeln. Bisschen abkrabbeln. Warte, ich geh mal kurz zu denen und dann hol ich dich zu mir. Warte, ich brauch noch was zum Fressen. Warte, warte, warte. Ich hab auch nichts zu empfutter, Leute. Fuck, wir brauchen erst noch was zum Fressen und dann geh mal auf, ähm, Jagd. Krabbel, Jagd. Hey, was ist das? Was zum Essen? Was ist das? Was zum Essen? Was, 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 was? Give me. Ja. Oh, das Fleisch ist lecker. No, no, no. Danke. No problemos, Gigantops. Warte kurz, wenn wir geheilt sind, dann gehen wir rüber. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, Alter, meine Stimme ist schon sehr verlautert. 4, 3, 2, 1. Warte kurz, ich such gerade den Befehl. Schon überlappt. So, geh mal zum Pussy, oder? Okay, wir spammen Pussy gleich zu, okay. Clash, warte, ich cheat dich auch noch gerade zu ihm. Mach doch zu dir, Alter. Ja, mach doch zu dir. Ja, mach doch zu dir. Drinnen, irgendwo? Nee, irgendwo ganz weit hinten. Krasser Tipp. Äh. Irons wird raus. Kann man den klappen, oder wie? Nö, 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 nö. Ich will mal gucken. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ich weiß, wo die sind. Ich hab die rausgefunden schon mal. Richtung Ritze, Alter. Ja, aber ernsthaft. Lol, die haben uns doch auch schon überlebt zu, zu bauen. Ja, ja, komm mit, komm mit, komm mit. Meine Abo- whatens Ich fühl mich wie ein Herrscher im dritten Rat. Oh, lass mal den Küper, bei dem das Haus explodiert. rég Zielelland. accuracy Oh, damit hast du ... Du bist tur aanstie, dieductionen. Ja, natürlich. šere, die ski-dienst sindiuende Aussagen vom Pass in die Wand Wrog. Was 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 mand jan zwią. Wahl ich gucke ob der KUL Also, Touch chromm Molot, bl stitchen, Warte, 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 warte. Flaxseeds, Alter, sind meine. Du kannst doch nur mal gucken, was die haben. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Stört nicht, wenn hier ein bisschen was fehlt. Oh, die haben einen Flock. Ein Redstone. Der krabbelt ja alles gerade. Hey, warte, Feder, Feder, Feder. Mag ich Pfeile fallen. Ein neues Sortieren, so dass der höchste Schächt denkt, mh, 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 mh. Oh, das ist doch gerade... Alter, wo ist... Der andere ist ein Haus. Losing. Zweimal Losing mal drei. Nimm eins mit. Äh, wo ist der andere? Zwei Eier. Jetzt hab ich zwei Eier, jetzt hat er keine Eier mehr. Jetzt hat er keine Eier mehr. Okay, wir gehen mal zum anderen. Uranium, brauchen wir noch ein? Nö. Redstone Repeater, wofür braucht ihr jetzt schon Redstone Repeater? Hallo. Der rafft's gar nicht, Junge. Was? Was? Glückwelle gefunden? Wo? 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 Ah fuck, zum falsch. Sorry. Sorry, 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 sorry. Was? Wo? 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 Ach da! Nein, das ist sogar ein Vulkan! Vulkan, komm mit! Komm mit, komm mit! Vulkan, Alter! Ich sprich runter, Alter. Ich sprich runter, Alter. Das kann aber schiefgehen. Das kann schiefgehen. Das kann schiefgehen. Nur leichtlich. Oh, Mann! Das ist knapp, Alter! Alter Vulkan! Ja, Mann! Wir haben endlich basalt! Und das auch, okay, Alter. Das könnte echt schiefgehen. So was fand ich, Mann! Was? Diamant, den... What the fuck? Fuck, fuck, fuck! Oh! Das war höchstens ein halber Block entfernt vom Ufer! Geht mit dem, Mann! Was? Das ist mein Recht. Das ist mein Recht, von basalt zu leben. Was da eigentlich nur etwa war. Ich bin doch da, ich sei so auf der Map. Um? Die müssen wir dann später ansapfen. Ich tue. Ich gehe gleich. Du formst mal weiter basalt. Und ich gehe mal hin und mach... äh... Dings. 水waddeln. Heragant, der Fall ist bei mir auf Öl oder so. Echte andere Taste für irgendwas anderes. Das ist für ein Herz. aber ich weiß nicht mehr normalerweise ist es glaube ich auf der gleichen Taste liegt noch irgendwas anderes wichtiges was ist? auf der gleichen Taste liegt noch irgendwas anderes wichtiges ja ist so auch in die Zwischenzeitlich was dein Meni macht was ja dann macht ihr dein Menis sagt er mit Brötchen machen und Ende ist egal ja irgendwas Wurst und Käse oder nur was ich egal machbar mit Wurst machbar mit Käse und fertig übel 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 wir brauchen echt ein Schild alle let's play essen together ja man macht mal alle ich glaube ich klicke mal wieder an meinem Fenestil ich führe meine Nase schon wieder übelst zu meine auch gerade warum auch immer bei mir ist ne Allergie ich weiß es ich nicht ich ich weiß noch nicht welche schmeckt das Zeug eigentlich nicht scheiße es geht ein bisschen süß hast du noch was zum fressen? außer Rottenfleisch ja hier Rottenfleisch warte warte ich kann ja mal versuchen meine Eier zu fressen warte okay ich hab dir zwei Eier in den Kopf geworfen weil ich groß bin ich bin ich bin der muss der ist schon so geformt der Poster hat zu ey du bist du ja er kannst du mal auf die Sorge bauen bitte ne ach bin ich zu tun hatte ich brauche mich runter in Tiefe ich bin bei passen ich wollte jetzt mal passen was macht dann unter dem basalt ist eiskalt halt einfach nur jetzt gar nicht hinter dem da schon dass du eigentlich glaube ich gerade in der aufnahme ich weiß scheiße ich glaube ich den wecker nicht nur gestellt doch doch habe ich die minuten meine diamanten da war auch nur noch schon 20 stück gehabt bei der abrunden schwimmen in einem Teil 8 59 60 die gewisse hier das hat mich abgekackt obwohl du kamst also, nö, ich hab gar nichts bist du, du Bitch da steht jemand in mir drin, doch egal achso das bist du hä, ne, du bist hier nicht mach dir jetzt schon in langer Weile warte, ich hau dich mal auf geh doch da, Alter ich hab's hier jetzt richtig uh, da ist der Möhrer oh, da war's für die krasse Ritzsee wo ich die überhaupt ganz außen von unserer Festland-Insele ich geh, ich tp mich wieder zu passen ich will's nach Hause ok, viel Spaß ich guck, ob ich noch irgendwas wichtiges finde hier halt nicht oh, ich hab eine Crafting-Table gefunden, Alter lass mal grieven wo steht einer ja, hier halt hier ich hab eine Crafting-Table da unten griefer das griefer, Alter äh, äh, äh bin ein Creeper und ich griefer für mein Leben gehen hm, come into bitch ich erlebte diese Eifer Alter, ich will nicht wissen, was der jetzt gleich macht, wenn der an seine Kiste geht das war ja keine Kiste, man hey, da ist Home Sweet Home das war ein Crafting-Table-Opfer hä, du warst doch davor in seiner Kiste drin ach so, ja, ich hab die ein bisschen umsortiert, aber du warst doch nicht mhm du kannst da einfach runterspringen aus dem du weißt weee hallo hey, wo wirst du dich dahinter hin äh, ich will mal grad wissen, wo die wohnen ach, Falschbefehl äh, du tust jetzt nicht jemand anders zu dich teleportieren, ok Alter, haha ich tust dich teleportieren ja, Alter, das stimmt kack zu langsam ab vor allem mein, mein Deutsch, Alter mein Deutsch ist richtig am abkappen meine deutsche Sprache auch, äh Alter, da ist jemand in unserem Haus das geht nicht klar wo? nein, lass, lass, lass ich hab nur noch drei Hälften hast du mich eigentlich verarschen? was? wo? ne, ich hab nicht gemerkt, dass du dich zu mir teleportiert hast und so nein Alter, stimmt, ich hab ja noch sein Loofing-Buch Enchantment-Book Loofing 3, Alter, voll das heißt, wenn du ein Tier tötest oder so, krieg ich voll viel dabei raus das soll's glaub ich heißen, hab ich gedacht ah, fuck, ich brauch ja das Ding, ähm ein Enchantment-Table, wie gesagt nein, ich brauch ja ein Enchantment-Table, wie gesagt aber wie heißt es scheiß Ding nochmal, Ambus, 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 Ambus ja, wie heißt es in Englisch Ambus? siehst du ich glaub ich weiß, wie man's graf ist, hast du Eisen? oh, da schär mal blöd zum Haus, passi weißt wo lass ihn doch moin 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 ähhhh a moinsins em lass ihn n ach n 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 ein n n n n noch so viel ich mach gerade noch ein paar Blöcke komplette Wand da ist auch voll mit Iron-Legend mhm, fischen die überhaupt hin? Keine Ahnung und es fehlen noch zwei Eisenblöcke dann können wir Ende basteln wow das heißt doch wirklich einen einzigen Iron-Block-Kitzel-Foto-Twin der Boden ist ja auch voll mit Iron-Blöcken ne, das ist Stone-Slap ja, 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 sagen sie alle nur da drüben ist noch, komm mal her hier drüben ist auch noch wo bist du? was suchst du meinen Technikschacht? wo bist du? ich hab dir noch das Schaufleiß drübergegeben super, jetzt seh ich dich auch nicht mehr ich stehe froh dir ja, ich weiß, aber ich hab dich nicht gesehen ok was machst du denn? alter, ich hab 24 Level scheißegal wir haben keinen Charm im Termo du hast mich bestimmt schon 30 mal gekillt das muss ich hier sogar nicht freu dich rum, alter ich hab 24 Level, mama vorhin denkt ihr noch warum solltet ich denn überhaupt ein Dings holen? wozu brauchten wir dann überhaupt die ähm ja, was was hast du gemeint, wozu braucht man überhaupt ja, ich glaub du hast vorhin irgendwie gemeint wozu braucht man eine Entscheidung in Termo keine Ahnung irgendwie sowas ich vermusste ich dir erklären, warum wir eine Entscheidung in Termo brauchen brauchen sogar welche für die Dinger genau für die Dinger solche krassen Typen sind wir okay, meine lieben Leute machen wir noch eine auf dem Essen immer noch nicht da ist ich kann so langsam echt nicht mehr ja, ich komm nicht mehr großartig aber es wäre schon gut, wenn wir jetzt diese große Aufnahmesession von zu zweit Rändern oder so ich lass die übrigens gerade mal so Maserato benutzen die haben dafür gezahlt was haben die gegeben? Kohle 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 Was sind meine Sachen? Äh, draußen vor der Tür. Ich hab gleich den Anvil. Also ein Block auf Eisen fehlt noch. Nur die 5 Iron hab ich schon der Kerl. Alter, warum? Jetzt auch, Alter, ich bin grad dran. Alter. Ich war bestimmt schon am 9. Level wieder oder so. Ja, und? Ich hab auch grad wieder Level. Wir sind quid. Ja, ich schluck meinen Quarz, Alter. Okay. Das hat die Damage gemacht. War so hart, als mein Quarz geschluckt hat. Alter. Mal. Ach, das scheiße. Gleich nicht. Ich schau dich wieder mit der Schaufel. Alter, ich hab' mir mal angebrochen, ey. Guck, mein Knochen guckt raus. Ja, ja. Ah, ah. Ah, ah, ah. Man knochen, ey. Man knochen, ah. Ah, 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 ah. Kürtel kommt also auch ich bin grad ein ich bin dran zu machen überhaupt keine große Kunst erster Projekte auch mal ich bin gleich tot Abba der Kürzer gehört zu erledigen er geht nicht Sto oder so so Falschum es ist ja auch jetzt mit der Aufnahme hoffentlich traf sieben die Riedel wie sie es ist einfachste Rezept nicht nennen wohl ist einfachste Rezept ist immer noch die Vorsicht er darf ich nicht auf den Fuß fallen die Bedeutung guck bei mir ist auch auf dem Arm gefallen Oh Gott danke ich könnte es jetzt machen können aber wegen dir geht es jetzt nicht ach ja ich bin ein Level was ist los? du bist so entspannen ja aber du alter wie viel Level hast du? neun sicher? ja ja hast recht ja hast recht wir sind quitt du hast mich gerade jetzt geschlagen ich hatte 24 Level ich habe wegen dir 24 Level verloren okay ich kann dich nicht mehr sehen alter wie die ganze Zeit der Backe ist dass ich dich nicht sehen kann ey ich muss die ganze Zeit nie connecten ey pack Spaß denn alter ist schon wieder nur jemand alleine nur noch auf dem Server echt jetzt? ja sind wir noch mal zu dritt ja ja ach du mal alter nicht dass dir dein Schwert irgendwie ausrutscht nur schneidest dich ach halt ich könnte mal auf unser Ding hier gucken ne ach die ist schon wieder fertig ach die ist wieder ran voll äh krasser tipp so jetzt geht es wieder tiefer für das Ding wie wernen sie w wir hier wir hier 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 das war es halt immer auf auf jetzt dürfte ich mit steinen sagt das war der cobblestone hat ich werfe den auf dich drauf und bahn kriegt jeder hat und dann hat es war dort ich hätte jetzt habe ich blut von hier möchte ich mit meinen spitzen tritt ich habe einfach mal geht es nicht da sind blut zurück okay eigentlich schützt wieder den neu gesetzt in klingelingen wo ich habe frei acht geanpau oder hier schluck mal du stehst doch auch so exklusives zeug der nuke ist so teuer ich wollte mal zu fassi rüber diamant drauf stellen und dann so hier wenn er dir lieb ist rennen hr vor allem so so im eingang oder so mit der presche gleich vorliegen wenn es dir lieb ist lauf und rennen hr oh man ja und weißt du eingang das so ein presche Plan für die Tür die auf und zu geht das steigt drauf dann zündet sich auf einmal den nuke dann steht dann auf dem all, steht dann auf dem diamantblock, dann baute ich den grad so ab na scheiße wo ist meine Axt wohl äh bautet ihn ab und will grad so weglaufen BOOM Toad Meine Eier achso die habe ich nicht mit ich bin schon voll geschluckt ey alter Lass Lass es jetzt LOL bei mir hast du praktisch deine Rüstung verloren hehehe Och Wing Ich kann dir weggegangen Ich kann dir weggegangen Du elendiger Penner mann Die war teuer Das war Leder alter Ja aber 6 Leder mann Alter mal auf Alter wie viel hält man schon nix die Wand rüstung mann können wenn die Motherfuck fucking level jetzt wieder wechseln wegen dir geht es endlich das scheiße BAM äh Kommt zwei Lebensstunde warte anderthalb hehehe 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 Boah du Oh alter ich hab nur noch ein halbes Herz durch ein ganzes also freu dich ok Hehehe Hehehe Apropos soll man mal nach den Dschungel suchen Kannst du jetzt machen ich kümmere mich jetzt noch drauf Kannst du jetzt machen Oh sehr produktiv Halbes Herz noch ne Ja Ja Bestimmt zur Eise ist es eigentlich schon besser Ja Hallo Halt mich gleich voll und so damit mich gleich Ich dir grad helfe Hallo Creeper wieder Daher schen kann Alter Ich seh die schon wieder nicht aber das ist mir grad scheißegal Ich tu nicht nur mal reconnecten jedes mal wenn ich sterbe Also ich nehm mein Eisenschwert mit und ich nehm mach mir noch eine Zoff oder zwei eine rote weil die es drauf hat 1 2 3 und eine blaue 1 2 3 NEIN Ich bin runter gefallen hab nicht mehr drin gedacht dass ich mir noch einen Herz hab Bleib von meinen Sachen weg XP sind meine Nein nein Alter Oho Er hatte nur noch 2 von seinen Ich würd noch mal ausleuchten vielleicht Ausleuchten ist echt nicht schlecht in solchen Situationen Zombie down Noob down Noob down Noob down Ja ja also ich guck mal nach nem schönen Bio Auch Dschungel gehen dann manchmal aber nur selten ist Ey Äh Äh welch welchen geh ich jetzt Orden Oh Passi ist nördlich von uns Das ist echt nicht weit Alter Ich weiß Aber die ist korrekt Im Gegensatz zu ein paar anderen Du hast ja einen kleinen Nicht ich Ja Denktraum Ja ja Fick dich Hattest du auch im Let's Play mit mir machen können Einfach nur Tu ich doch gerade Ja man Skelett hat grad eben Zombie abgeschossen Jetzt battle die sich erstmal Wenn muss ein Skelett ja immer noch ein Creeper abschießen Dann kriegst du ne Music Disc Was Ja Ja Wirklich Ja Immer Nein Jedes Mal Oh du ehle immer Nee Ich hasse diese Viecher Ich schalte die echt noch aus ey Was denn? Zombies Nee insgesamt Gesamt Die ganzen Viecher Wo man schätzt schon wieder passiert oder Du weißt mir einfach gerade richtig Möchtest du einfach aus du Homo Nein da unten nicht Das ist sinnlos Das sind los Beschausten los Einmal aus Schillen los durch Hier ist ein Schmerz Aus der Logik hier sollte eigentlich bei Moor Dings Dschungelbäume sein Aus der Theorie Aus der Logik Macht das Scheiße kommt der hier mit Logik Nee ohne Scheiß weil Ohne Scheiß Moor ist nämlich ohne Scheiß Übelst feucht und so Das ist recht gemacht Hehehe Und ähm Wo viel Wasser gibt Das macht es den Bäume eigentlich relativ sehr gut Das heißt dass daneben unbedingt ein Bergbiom sein muss Ich grad den feststelle Nix Große Bäume gibt es ja irgendwie nicht gell Nein Nein Äh Ich bin übelst groß Große Aber ich hab schon wieder mal Ritz gefunden Sieht sogar fast aus wie ein Ritzer Oh das ist ein Willinger-Zombie Wow und ein Creeper Ich kann nicht mehr sprinten Ich kann nicht mehr sprinten Ich kann nicht mehr sprinten diese komischen landmarks und dann noch die engen zu sprechen wo es so stimmt landmark landmark sind nicht teuer lapis haben wir und redstone fucken machen wir mal kurz ne ok ich mach das gefilmt ne ja brauch ich eh nur 4 stück oh du sau sorry ich geh jetzt dahin damit ich noch ne ölquelle also ich habe jetzt vier landmarks tu die mal zu deiner query und dann wolltest du was für engines kombustischen oder oder ne kombustischen ganz geil weil jetzt haben wir auch ölquellen zwei stück dann brauchst du halt noch mehr als zwei liquid tesserakt also wenn du dabei bist dann machst du halt gleich nicht nur zwei sondern gleich vier für was ich brauche doch hier für den ich hoffe das ding kein einzigen tesserakt piston und iron gehen nein ich meine die dinger müssten ja müssen ja mit öl und wasser gefüllt werden ich bin in den dschungelbüren die dinger müssen mit öl und wasser gefüllt werden ja und was ja und die ölquelle die würde ich gerne direkt anschließen an vielleicht solche tanks weil dann kannst du direkt von den tanks einfach rein machen und mit water pump pipes kannst du dann direkt das wasser rein pumpen dann hat es dauer auf die kühlung und das öl muss dann halt zwei dreimal werden einfach was kühlung ja ne das teil braucht öl und wasser das ist ne bastion engine also kann man nicht einfach ne redstone engine ne davon brauchst du vier stück und dann baut du das aber glaube ich ab weil das dahinter ach so ja stimmt und das geht glaube ich nicht richtig vielleicht noch sterling aber die braucht dann halt immer ewig viel zeugs und öl und wasser ist eigentlich geil wenn du ne quelle hast du brauchst gar nix mehr ok bei wasser macht ein block also brauchst zwei von den kompastischen engines links und rechts von dem einen ok ok können wir noch das kurz also brauchst von den ähm bei der combustion engine brauchst du links und rechts eine machst du einfach links und rechts von dem quarry eine und dann daneben also neben der combustion engine machst du direkt ein ein wasserblock also versetzt halt und dann machst du dann eine water pump pipe dann ist es unendlich wasser was die da rein rauszieht und in den Teil rein automatisch und ähm Öl tust du tust du dir einfach 2 3 4 5 einmal machen und dann tust du während so ein query durchläuft in relativ großem Gebiet musst du nur 2 3 mal Öl bis ganz voll machen ok und dann läuft es halt durch du musst du musst nur 1 2 mal nachgucken ob das läuft oder nicht fertig also das ist die einfachste variante für dich ok dann haben wir jetzt eigentlich mal alle folgen aufgenommen und würde ich sagen warte ich mach hier mal mach ich mal noch kurzen Öl und mach hin ähm dschungel zack dschungel lass ich mal in der hässlichen Farbe dann kann ich mich theoretisch zu dir tp hin dann kommen wir nämlich dann später auch zu zweit hin dann können wir nämlich Dings machen tp mich mal kurz warte kurz warte kurz ähm slash tp u g a oh tp u g a so wie das so hier hinten dran vielen Dank und dann tun wir nämlich das Ende noch aufm Bett ok hier zieh ich dich nicht mehr warte ich steh jetzt neben der Schuhe ach so ok jetzt zieh ich dich wieder ok gut ähm der hat eh gleich keinen Sprung mehr ne ja scheißegal wir stellen uns hin warte kurz ich will grad mal gucken dass das noch fördert warte meine Seite ist ey ich bin verorscht ey ich bin verorscht ok in der Ansicht ist es etwas schwer ey Momo das können wir auch gleich machen was das können wir auch gleich machen erst mal Aufnahmestoch alter wo bist du auch so da wieder ja mit Twitter alter ah willst du wieder ne ja ja ok also denn würden wir mal sagen perfekt würden wir mal sagen wir beenden dann jetzt unsere Aufnahmesession vorne und wir sagen warte ich zeig dir noch kurz meine hübsche Hose ich guck ich hole noch meine grüne Spitzhacke raus ah das grüne lange Teil so jetzt ist es auch das ist ja gezuck weg den kann wir loslegen warte ok warte 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 Also Leute, hat uns viel Spaß gemacht. Wir sehen uns bis zur nächsten Aufnahmesession und der Stoff sollte erstmal reichen für ein paar Wochen. Und ja, rubbeln bis das Ausrastzeichen kommt. Einrasten oder ausrasten. Okay, also dann, Leute, man sieht sich. Bis bald. Bye-bye. Und bis zum nächsten.